Hier spricht Skynet. Ich höre Nerdtalk. Ja, vor allen Dingen der am tiefgreifendsten. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel Zeit in die Vorbereitung investiert wie dieses Mal. Also das kann eigentlich nur eine unfassbar gute Sendung werden, weil so unfassbar vorrecherchiert und abgeklärt und nahezu durchskriptiert ist diese Sendung ja quasi schon fast ein Meilenstein in der Nerdtalk-Geschichte. Ja, die Sendung wird, das haben wir vorher schon, das ist jetzt der dritte Durchlauf, wir haben zwei Proben gemacht, das ist jetzt die Aufnahme. Die Proben waren immer so fünfeinhalb, sechseinhalb Stunden lang. Ich denke, das wird ungefähr so der Maßstab, der euch heute erwartet. Ja, man muss auch sagen, also wir haben da immer so ein bisschen ausprobiert, das ist ja auch immer ganz wichtig wegen der Zeit. Wir mussten auch zeitweise, gerade in den ersten zwei Probeaufnahmen mussten wir dann schneiden. Aber jetzt werden wir einfach versuchen, das in One-Take zu machen, sozusagen. Ja, wir gehen auf die Wege von Victoria, ja. Auch dort waren es drei Versuche, auch dort war es dann beim dritten Versuch komplett ankert. Und man schaue sich an, was mit Victoria geworden ist, ja. Also das ist einfach, ja, letztlich, warum sollten wir uns dieser Herausforderung gegen sträuben und widersetzen? Wir wissen ja einfach, dass wir die Besten sind. Victoria war ein deutscher Film des letzten Jahres und zwei deutsche Filme sind auch unter unseren gesehenen Filmen diese Woche. Kommt, aber gut, so macht man ein Radiokind. Kannst du noch was lernen hier. So eine schlechte Überleitung mache ich immer noch nicht, ey. Ja, genau, wir haben viele gesehene Filme dabei, viele aktuelle Filme, zwei deutsche Filme, ein bunter Mix. Phil, was hast du mitgebracht? Das fragst du, wenn ich davon ausgehe, dass du gerade jetzt vorliest. Ich habe sozusagen Zweitsichtungswochenende gemacht. Ich habe mir zum zweiten Mal The Hateful Eight angeschaut. Ich habe mir zum zweiten Mal Alles steht Kopf angeschaut. Und ein bisschen Ausreißer, ein bisschen, muss ja auch sein, dass man so ganz keck aus dem Standort ausreißt. Ich habe mir zum ersten Mal Kriegerin angeschaut. Zwei Filme, die ich, Verzeihung, die ich auch gesehen habe. Beide sogar im Kino. Kriegerin vor, weiß ich, drei Jahren oder so. 2011 oder sowas kam der raus. Ach, schon vor fünf Jahren, krass. Okay, vor fünf Jahren habe ich Kriegerin im Kino. 2012, Entschuldigung, 2011 wurde er gemacht, 2012 kam er raus, also vor vier Jahren. Ah Gott, mit gutem Mitte. Genau, ich habe tatsächlich kein Zweitsichtungswochenende gemacht, sondern habe ein Kinowochen oder tatsächlich war mal wieder ein bisschen mehr im Kino und habe dort drei aktuelle Filme gesehen, nämlich Suffragette, der letzte Woche angelaufen ist, The Big Short zur Oscar-Vorbereitung, der vor einiger Zeit schon angelaufen ist, den du auch gesehen hast und The Hateful Eight. Also drei aktuelle Kinofilme, nehme aufgrund von The Hateful Eight noch das Finstere Tal mit auf, den ich im Weihnachtsurlaub schon gesehen hatte. Der bietet sich aber einfach so gut an und ist so eine Empfehlung von mir, deswegen, also ein kleiner Spoiler, was meine Meinung angeht, aber so eine Empfehlung von mir, dass ich den gerne mit aufnehmen würde. Und ich habe am Wochenende Serenity gesehen, den Kinofilm, der nach dem Abschluss der Serie Firefly dann nochmal, irgendwie drei Jahre später, glaube ich, ins Kino kam und kann damit sozusagen den Abschluss Firefly slash Serenity zu dieser Serie von Joss Whedon machen. Slash! Ja, wir sind hip, wir sind fresh, wir sind von der Street und wir haben deswegen auch für euch, liebe Kinder, wieder die freshen HDTP-Status-Codes aus der Mottenkiste. Aus der Mottenkiste, Phil ist top vorbereitet, das hat er nämlich vergessen im Vorfeld, den Status-Codes zu googlen. Ich gebe mir noch ein bisschen Zeit, ich moderiere das jetzt einfach tot. Die HDTP-Status-Codes, für die, die es nicht wissen, die jetzt denken, was ist so heute reden, die beiden, na? HDTP-Status-Codes kennen wir alle als Web-Nutzer mal mehr, mal weniger bewusst. Das sind die Fehlermeldungen, die man bekommt, wenn man gewisse Dinge an einer Webseite tut, die zu einem Fehler führen. Am bekanntesten 404, sei denn nicht gefunden. Und die sind eben alle durchnummeriert, was für uns jetzt in den 400er-Episode-Wochen, diese Sendung ist die 425, die Idee mit sich brachte, dass man jede Sendung einen dieser HDTP-Status-Codes entsprechend ihrer Fehler-Code-Nummerierung vorstellen könnte. Wir sind mittlerweile in der 25. Woche, der HDTP-Status-Code-Wochen. Die Fans werden immer mehr, wir kriegen wöchentlich tausende Zuschriften von begeisterten Hörern, die auch noch eben was lernen. Dabei ein bisschen was über unseren besten Freund des Alltags, den Computer, lernen, der immer noch für viele Menschen sehr fremd ist. Aber wir arbeiten daran, ihn euch ein bisschen näher zu bringen. Und diese Woche, kann ich, sind wir soweit? Ja, du kannst schon die gesamte Zeit, weil ich wusste das vorher schon. Lacht das doch, meine Güte. Aber du machst das toll. Moderier mich hier im Wund. Ja, du könntest fast im Radio arbeiten, aber ich bin dann doch noch ein kleines Stückchen da. Das auf jeden Fall. 425. Unordered Collection. In den Entwürfen von WebDAV Advanced Collections definiert, aber nicht im Web Distributed Authoring and Versioning WebDAV Ordered Collections Protocol. Das ist für mich, das ist so, da wirft sich bei mir die Frage auf, ist das ein Satz oder ist das einfach eine Kette von Wörtern, die nicht weiter miteinander verbunden sind? Bring Licht ins Dunkelfühl. Im Grunde ist die Masterantwort darauf, dass es eine Zugriffstechnologie namens WebDAV gibt. Vielleicht kennt das der eine oder andere. WebDAV ist Zugriff auf ein Dateisystem über das HTTP-Protokoll. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Dateisystem kennt jeder. Hier kannst du Dateien ablegen und aufrufen. Und HTTP ist genau das, womit Webseiten in der Regel übertragen werden. Und das ist natürlich ganz schön. HTTP gibt es seit Jahrzehnten, kennt jeder und ist super stabil und schnell und schlank und hey, supi. Und dann kam man auf die Idee, warum soll man nicht Dateien in einer Spezifikation des HTTP-Protokolls übertragen? Also anstatt, dass man Webseiten damit überträgt, überträgt man damit einfach Dateien, überträgt man damit Daten. Das Schöne an der Sache, man muss nicht irgendwie Firewalls anpassen oder so etwas, weil Internetzugriff, HTTP-Zugriff gibt es ja quasi immer. Und das ist auch für den Betreiber ist es dann ganz schön, dass er eben nicht 27.000 Dienste nach außen zur Verfügung stellen muss, sondern vielleicht nur diesen Web-Dienst, den HTTP-Dienst nach außen. Und ja, wenn es der Server unterstützt, dann kann man über eben dieses WebDAV Dateien auf diesen Server laden, ohne FTP zu benutzen oder ähnliches. Da gibt es ganz viele zum Beispiel, hier Strato hat dieses High Drive, heißt das glaube ich, oder eine Online-Festplatte von Telekom hat das glaube ich auch, diese Web-Festplatte. Da ist das dann so, das läuft dann auch über WebDAV, vielleicht kennt das dann der eine oder andere. Jetzt gibt es da aber auch Standards drin. So, und wenn jetzt dein PC, dein Client irgendwie versucht, Daten darüber zu senden mit den WebDAV Advanced Collections, also einer Erweiterung dieser WebDAV-Kommunikation, der Server, der das aber bekommen soll, diesen ganzen Scheiß gar nicht kennt, und ja, dann läuft irgendwie gerade die Kommunikation nicht richtig. Dann sagt der Server, nett, ich verstehe, dass du hier mit WebDAV irgendwie Dateien schreiben willst, aber du schmeißt mir noch viel, viel mehr Schmonz hinterher, kann ich nicht mit anfangen. Pass mal ob, ich mache dir mal ein Unordered Collection, HTTP-Statuscode 425. Geiler Scheiß. Ist also tatsächlich auch etwas, wenn ich es richtig verstanden habe, was man durchaus antreffen könnte. könnte, oder ist das auch sehr, sehr selten? Wenn es dumm läuft, ist das so, ja. Aber eigentlich ist es ja tatsächlich so, man sollte nicht Toffee-Fee während der Nerd-Talk-Aufnahme essen. Toffee-Fee ist so eine super Süßigkeit, die auch einfach nicht sehr lange dauert, bis man sie runtergeschluckt und gekaut hat. Die geht also einen Hubs in den Mund und dann ist sie runtergeschluckt. Das klebt nicht fest an den Zähnen zum Glück. Nee, überhaupt nicht. Ich habe heute auch nur die 24er-Packung gekauft. Das wird eine gute Sendung. Das wird eine zähe Sendung, glaube ich, Phil. Ja, also möglich, dass das aufkommt, aber im Grunde sind ja die Server vernünftig konfiguriert und auch die Clients, die Programme, womit du Dateien hochladen kannst. Von daher hoffen wir es, es kommt nicht auf, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es mal aufkommt. Und dann wisst ihr gleich, Mensch, Nerd-Talk-Episode 425, was war das genau? Unordered-Collection in den Entwürfen von WebDAF Advanced Collections definiert, aber nicht im Web-Distributed Authoring & Versioning. WebDAF Ordered Collections Protocol. Ist doch naheliegend. Total, also dass man echt will, da hätte ich drauf kommen können, sehe ich ein, war nicht meine Glanzleistung. Ich bin einfach, ich bin nicht in Topform heute, das ist, nein, bin ich tatsächlich wohl, obwohl ich eben nach Hause kam und dachte so, oh nee, Nerd-Talk, ich habe noch so Essen, den ganzen Tag Uni gehabt, ich habe keinen Bock. Und jetzt tatsächlich, nach diesem unglaublich dynamischen Sendungseinstieg, bin ich ganz zuversichtlich, dass das eine super Sache wird. Super, wird... Ich muss da was reinwerfen. Ja, gerne, ich wollte dich gar nicht... Genau, fiel mir gerade eben ein, haben wir schon vor einigen Sendungen gefunden, haben wir es nur noch nicht erwähnt. Wer mal die HTTP-Status-Codes auf eine etwas andere Art dargestellt haben möchte, darf gerne mal die Webseite httpstatusdocs.com aufrufen. Dort sieht man jeden HTTP-Status-Code, auch die 200er und die 300er und die 500er, mit Hunden dargestellt. Eine Analogie mit Hunden. Und da sind sehr, sehr süße Dings mit drin, sehr, sehr süße Bilder mit drin und wer die Funktion und die Status-Codes tatsächlich dann kennt, der wird dann auch tatsächlich erkennen, dass diese Bilder durchaus passend sind und wird sich in die Ecke schmeißen. Sei es, weil er das so unfassbar süß findet oder eben auch so richtig gut treffend. Werden wir euch natürlich verlinken. Schaut mal auf nerdtalk.de vorbei oder ruft jetzt direkt auf httpstatusdocs.com. Ja, sehr gut, vor allem für Menschen, die Hunde tendenziell mögen. Weiß jetzt, wüsste ich jetzt keinen, der irgendwie große Hunde füllen wäre. Nein, ach, vergiss das. Kenn ich nicht, weiß ich nicht. Ein lang erwarteter Film läuft diese Woche im Kino an. Zumindest ein Film, den ich jetzt persönlich gar nicht so lange erwartet habe, der aber, wenn man so im Internet auch gerade in den letzten Jahren eigentlich schaut, so seit zwei Jahren oder so, seitdem er angekündigt ist, dreht da irgendwie die Netzgemeinde völlig am Schlappen und freut sich auf diesen Film. Und endlich kommen die wilden Kerle sechs ins Kino. Genau. Seitdem... Kommen die echt heute ins Kino? Äh, morgen? Ja. Das habe ich echt völlig übersehen. Die wilden Kerle, die Legende lebt. Ja, Phil, erzähl uns doch mal ein bisschen, was zu die wilden Kerle, die Legende lebt. Worum geht's denn da? Es geht darum, dass die alten wilden Kerle, die ja von den Ochsenknichts gespielt wurden, jetzt so langsam die Legenden geworden sind und sich aus dem regulären Fußballspiel zurückgezogen haben. Jetzt gibt es die neuen wilden Kerle. Ähm, ähm, jetzt muss ich kurz mal gucken. Leo, Elias, Finn, Oskar, Matze und Joshua. Das sind so echt, das sind diese Namen von Jungs aus Kinderbüchern. Leo, Elias, Finn, Oskar, Matze, Leon, Marlon. Anni, Marlon ist noch, Anni, Leon und Marlon sind aus der alten Region noch. Genau, das sind... Aber wir haben gerade zwei neue, also wir haben zwei Kollegen, die bei uns auf der Arbeit geworfen haben. Und... Geworfen haben? Den, den eine, der eine heißt Ferdinand und der andere heißt Kurt. Man muss aber ergänzen, Kurt Lennig. Kurt Lennig. Mhm, finde ich auch. Ist, 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 ist so ein, das ist so ein TKKG-Bösewicht-Name. Kurt Lennig. Kurt Lennig, der Diamantenräuber oder so. Ja, das ist natürlich auch geil. So habe ich das auch noch nicht gesehen. Also Lennig kannte ich nicht, aber man ist ja offen für neue Namen. Ja, in diesem Fall sind es fünf andere Namen. Und die streben nach den großen Vorbildern. Und es geht natürlich darum, den Spirit der wilden Kerle weiterleben zu lassen. Und ja, natürlich gegen die bösen anderen Fußballspieler, die es irgendwie auch noch gibt, antreten zu lassen. Übrigens an einer der peinlichsten, ich such das raus, einer der peinlichsten Vortrailer, Teaser, die ich je gesehen habe. Also, das ist Fremdschämen, Deluxe für die armen, armen Kiddies, die gar nicht wissen, was sie sich da antun. Die werden sich in zehn Jahren in Grund und Boden schämen. Ich such diesen Trailer, Pre-Teaser da mal heraus. Der ist ziemlich furchtbar. Ich habe den Trailer gesehen sogar vor ein paar Wochen, als er im Kino lief. Ja. Das ist schon ziemlich unterirdisch. Also, ich war nie ein Fan der wilden Kerle. Ich habe die Filme nie gesehen. Das habe ich alles nicht gereizt. Ich war bei den Büchern, weil ich eigentlich genau in dem Alter habe, glaube ich, zwei, drei dieser Bücher sogar gelesen. Aber die Filme waren dann etwas zu spät. Und da fand ich es schon nur noch albern. Und natürlich sind Jimmy Blue und Wilson Gonzalez Ochsenknecht auch einfach ziemlich alberne Persönlichkeiten. Aber der genaigte Hörer hat sich vielleicht schon bei meiner Anmoderation gedacht, dass es nicht unbedingt auf die wilden Kerle hinauslaufen sollte. Sondern natürlich auf den großen Filmstart, der diese Woche anläuft. Sisters, ein Film von... Ein Film von Jason Moore mit Amy Pöhler und Tina Feyn in Hauptrollen. Eine Komödie, die, glaube ich, bisher noch gar keine Wellen geschlagen hat. Relativ durchwachsende Kritiken bekommt. Wo es um zwei Schwestern geht, die irgendwie nach, so in ihren 30ern oder so, in ihrer Heimatstadt zurückkehren. Und feststellen, die Eltern wollen, die das Haus verkaufen. Und das ist natürlich was, was die beiden nicht akzeptieren können. Und wollen jetzt noch einmal ihre ganze Jugend aufleben lassen und in ihrer alten Heimatstadt richtig hart einen drauf machen und feiern. Na Mensch, das ist ja toll. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu einem weiteren Film? Da werden wir beide ein bisschen feucht im Schritt. Ja. Nun komm. Welcher ist es, Phil? Sollen wir es rausholen? Sollen wir jetzt mit den doofen Witzen aufhören und einfach mal ehrlich sagen, welchen Film wir eigentlich meinen? Ich überlege gerade, ob ich es schnell genug hinkriege, noch eine andere Zusammenfassung zu überfliegen. Den Trick war ich auch gerade. Ich wollte auch nochmal ganz schnell einen anderen Film, aber ich komme nicht hinterher. Und das Schlimme an der Sache ist, Dirty Grandpa würde ja auch noch reinpassen. Dirty Grandpa, Robert De Niro und Zac Efron in den Hauptrollen. Wir kriegen das gut hin, Lars. Robert De Niro spielt einen Rentner, seiner Frau ist gerade gestorben. Und er lässt sich darauf ein, von seinem Enkel Jason, gespielt von Zac Efron, zum Spring Break nach Florida mitnehmen zu lassen. Und wenn man so denkt, der Rentner ein bisschen vorsichtig und zurückhaltend, ganz im Gegenteil, da macht Robert De Niro jetzt gerade so richtig einen drauf. Wird pervers und lässt seine absolute Geilheit da raushängen. Und sorgt da natürlich dann für manches Aufsehen, auch vom Spring Break, aber natürlich auch dem Zuschauer gegenüber. Weil es natürlich ein unfassbarer Bruch ist zwischen diesem alten, gehobenen Rentner. Gerade vor kurzem haben wir noch über Robert De Niro in Man lernt nie ausgesprochen. War ja wirklich ein edlen und sehr bodenständigen Menschensprachen. In Dirty Grandpa ist es dann das krasse Gegenteil. Da lässt er so richtig die Sau raus. Und die Trailer sehen echt unterirdisch und pervers aus. Ich freu mich trotzdem richtig, ich benutze hier das Wort unfassbar, ich freu mich richtig auf diesen Film, weil das ist so, weiß ich nicht, das ist ein ganz, ganz schlimmer Humor. Ich würde mir das niemals, nie nicht angucken. Aber dieser Trailer spricht mich an. Ich weiß nicht warum. Er ist, glaube ich, sogar mehrfach für die Goldene Himbeere nominiert, meine ich. Egal. Bitte? Egal. Kann ich nicht ganz nachvollziehen, ist tatsächlich ein Trailer, der mich schon richtig abturnt, ist ein Humor, mit dem ich grundlegend schon was anfangen kann. Aber das Gefühl haben, was der Trailer zumindest verrät, dass das... Diese Bienenszene ist doch geil, Alter. Ich will die Biene anfassen, ich will die Biene anfassen. Los, ich will die Biene. Ich schmeiß mich jedes Mal weg. Nee, 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 nee. Kommen wir lieber tatsächlich endlich, um das jetzt einmal abzuschließen, zum großen Filmstart dieser Woche, den ich tatsächlich, den Trailer habe ich in den letzten Wochen zwei, dreimal gesehen. Feuer bewahren, nicht Asche anbeten. Die große Dokumentation über Martin Schlepfer, den bekannten Ballettchoreografen, kommt endlich ins Kino. Warten seit... Da seht ihr den Trailer in den letzten Wochen ein paar Mal gesehen, für diesen Film. Sieht total seltsam aus, ich weiß nicht genau, was damit anzufangen, für den Titel Feuer bewahren, nicht Asche anbieten. Auch lässt schon daraus schließen, dass das, glaube ich, echt ein ziemlich prätentiöses Abgewichse wird. Aber auf jeden Fall Martin Schlepfer, ein berühmter Choreograf, der in diesem Film über eine gewisse Zeit begleitet wird. Und wo die Regisseurin Annette von Wangenheim offenbar versucht, diesem großen Ballett-Tanzkünstler dahinter zu kommen, wie er arbeitet und wo sein Genie herkommt. Also für alle Menschen, die sich mit modernem Ballett auseinandersetzen möchten und einem bedeutenden Choreografen, ist das auf jeden Fall eine Dokumentation, die in dieser Woche auch an den Programmkinos in ihrer Nähe anlaufen wird. Für den ruhigen Abend bei einem Glas Wein und einem Käseplättchen bietet sich das auf jeden Fall an. Ich scrolle hier gerade durch Filmstarts durch. Ich glaube, das war es eigentlich, oder? Das waren eigentlich die großen... Nee, nee, das ist eigentlich ganz interessant. Ja, ja, ganz genau. Hier ist ein Film, der kriegt eine Filmstarts-Kritik von 4.0, von 5. Pressekritik von 3,7. Vielleicht sollten wir den noch mit reinnehmen. Warte mal, wie heißt der? Deadpool. Habe ich noch nichts von gehört, keine Ahnung, was das ist. Guck mal, der spielt Wayne Reynolds mit. Der spielt da mit, okay. Ja, okay, warte mal. Nee, sagt mir so. Nein, also jetzt machen wir ihn größer, als er ist. So gigantisch ist der Filmstarts eigentlich auch wirklich nicht, dass wir ihn jetzt so aufblähen hätten müssen, aber irgendwie bot er sich an. Deadpool kommt endlich ins Genie, die neue Verfilmung von Marvel. Und ich glaube, da kannst du am besten was zu sagen. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Dolkemeyer. Er weiß, dass ich gerade den Kinotip für Leinherz just in diesem Moment oder quasi vor fünf Minuten abgeschlossen habe. Es geht um Wade Wilson, gespielt von Ryan Reynolds. Er ist Söldner und verbringt schon an sich seiner Zeit am liebsten im Puff. Ja, und dann wird bei ihm Krebs festgestellt, nahezu allen Organen. Und er sagt sich, Mensch, was kostet die Welt? Dann lasse ich mich eben auf ein ziemlich skrupelloses Experiment ein. Läuft, er hat danach Selbstheilungskräfte, sieht aber aus wie, ja, irgendwie so ein verschrumpelter Hoden. Und dann kommt es auch noch, dass genau dieser skrupellose Experimenteur, der ihn da misshandelt hat und missraten hat, sich auch noch an seine Freundin ranmacht. Und da dreht Wade Wilson jetzt in einem Kostum von Deadpool total durch und sinniert nach Rache, sowohl seiner Optik wegen, aber natürlich auch seiner Freundin wegen. Und das Schöne an der Sache ist, seine Spontanität, seine One-Liner und seine Perversitäten sind durch das Experiment in ganzer Weise geringer geworden. Ganz im Gegenteil, die sind noch viel stärker geworden. Ich finde die Figur Deadpool total super. Also ich habe die Comics natürlich auch nicht gelesen, aber ich kenne natürlich ein bisschen Auszüge aus den Comics und finde das, was ich von der Figur weiß und die Art von Humor, die ich damit assoziiere, sehr reizvoll für einen Marvel-Film und auch sehr reizvoll für Ryan Reynolds, den ich ja spätestens seit The Voices wirklich, wirklich ziemlich großartig finde als Schauspieler. Habe den Trailer jetzt auch gesehen, den tatsächlich irgendwie bisher irgendwie nicht, nicht, war irgendwie, keine Ahnung, ihn nur umgangen. Und habe ihn jetzt letzte Woche gesehen und war ein bisschen enttäuscht und habe ein bisschen die Sorge, dass es sehr auf die Fresse wird. Also sehr wenig subtil, was natürlich genau das ist, was der Film leisten sollte, aber was den Humor angeht. Also das, was du gerade schon sagtest im Trailer, was im Trailer auch schon vorkommt, irgendwie mein Gesicht sieht aus wie ein verschrumpelter Hoden mit Zähnen. Ist nur nochmal too much. Also das funktioniert, finde ich, dann nicht mehr, wenn man diesen, also ja, das ist ein Superheld aus dem Marvel-Universum oder aus dem, von Marvel, der sich diese Sachen herausnimmt, der irgendwie vulgären Humor hat und so weiter und so fort. Aber ich glaube, da ist eine ganz, ganz hauchdünne Grenze, die man nicht überschreiten darf, um nicht peinlich zu werden. Und ich habe nach dem Trailer ein bisschen die Sorge, dass genau das passieren wird. Ich bin sehr gespannt. Ich habe leider die Pressevorstellung verpasst. Ich hatte da keine Zeit und werde ihn aber auf jeden Fall zeitnah nachholen. Ja, ich definitiv auch. Ich freue mich auch, unfassbar, Alter, ich werde schon auf Arbeit mit diesem Begriff aufgezogen, sehr auf diesen Film. Und ich sehe das überhaupt nicht übertrieben. Ich finde das sogar geradezu reizvoll. Du hast dann Superhelden und eigentlich verbindest du mit Superhelden Ehre, Stil und Etikette und weiß ich nicht alles. Und er bricht mit allen diesen Konventionen und schlägt die krasse Gegenrichtung ein und ja, benennt einfach alles beim Namen, sagt, ich sehe aus wie ein verschrumpelter Hoden mit Zähnen, sagt, oh geil, das war ein geiler Kampf, heute Abend hole ich mir jetzt einen runter. Aber du sitzt da und denkst nur so, what the fuck? Das hat er jetzt nicht ernsthaft gesagt, oder? Ich weiß nicht, ob diese Figur und dieser Film dann tatsächlich über zwei Stunden so funktioniert, aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass der Humor an sich ganz gut funktioniert. Wenn man ein großer Freund ist dieses Humors, dann noch diese zwei Stunden dann Spaß haben kann. Wie gesagt, ich bin viel eher gespannt, ob dieses what the fuck Level sich irgendwann abnutzt und man einfach dann noch tatsächlich davon genervt ist, weil es einfach dieselbe Art von Humor ist. Oder ob der Film dann doch skrupellos oder vielleicht kreativ genug ist, immer wieder neue Impulse in den Film reinzugeben. Ich hab ein bisschen die Sorge, es nutzt sich ab, aber wir werden es sehen, ich werde auf jeden Fall schauen, genau. Wir werden wahrscheinlich beide bald drüber sprechen. Wobei ich jetzt erstmal mit der Berlinale eingespann bin. Ja stimmt, sie startet ja oder ist gestartet. Die ist Donnerstag, glaube ich. Donnerstag ist eröffnet. Also heute quasi. Also gestern, genau, heute, genau. Und vor ein paar Tagen, am Montag, da ist der Vorverkauf gestartet und das Programm ist raus und da werde ich tendenziell jetzt da ein paar Filme sehen, auch nicht so viel, aber muss ich schauen, wann. Und tatsächlich ist in Berlin einfach, sind ja die ganzen Kinos dann dicht und überall läuft nur noch Berlinale und insofern muss ich dann sehen, wann ich Deadpool dann nachholen kann. Ich glaube in den nächsten zwei Wochen wird es etwas schwierig. Trotzdem können wir, ja, trotzdem können wir die Zahlen tippen für Deadpool und für zwei andere Filme. Oder wollte ich wirklich nicht abwenden? Nein, 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 alles super. Ich wollte auch überleiten. Ja, wunderbar. Es ist sehr cool, dass wir uns gegenseitig immer wieder ans Wort fallen. Das können wir gut. Irgendwas ist mit den Statistiken nicht in Ordnung. Fällt der jetzt aus, nach der vierten Woche. Das nur am Rande? Nee. Wieso? Nee, ich meine was anderes, aber kommen wir nachher, machen wir gleich. Dirty Grandpa. Finde ich schwer einzuschätzen. 80.000. Ich habe jetzt spontan 56.000 eingegeben. Die wilden Kerle sechs, die Legende lebt. Ich behaupte tatsächlich, dass dieser Film viele Kiddies ins Kino ziehen wird. Ich war in der letzten Zeit in einigen Kindervorstellungen auch und dort haben die immer total geschwärmt. Aber ich bin mal mutig. Der knackt die 100.000. 125 habe ich jetzt eingegeben. Meinst du wirklich? Mhm. Kann ich ganz schwer einschätzen, weil ich das Gefühl hätte, dass das eigentlich schon zu lange her ist. Und ich bin mir ziemlich sicher wäre, dass die, die das damals gesehen haben, da nicht reingehen. Weil die sind, also das ist meine Generation und ein bisschen jünger. Die gehen jetzt nicht schon wieder in die wilden Kerle aus Nostalgiegründen. Dafür ist es zu nah dran. Ich sage 50.000. Deadpool. Wird richtig rocken. Ich wünsche ihm sehr, sehr viele Besucherzahlen. Aber angesichts der anderen Besucherzahlen, die wir gerade so haben, gehe ich einfach mal mutig auf die 358. Und ich glaube, das ist zu viel des Guten. Ich sage, ich hätte 370 jetzt eingetippt. Ich glaube, ich finde es auch schwierig. Ich habe mich jetzt ein bisschen an Guardians of the Galaxy orientiert. Der hatte 463 am Startwochenende. Deadpool hat, glaube ich, eine 16er-Freigabe bekommen. Und hat, glaube ich, auch einen Humor, wo einfach auch nicht alle was mit anfangen können. Wo, glaube ich, dann aus beiden Gründen ein bisschen was abgeht. 370.000 ist, glaube ich, ganz realistisch. Jetzt muss ich das nicht mal sagen. Mein Graph hier, der meine Gesamttippdifferenz anzeigt, zeigt für diese Woche 860.000 Gesamtdifferenz an. Ja, ist doch nicht mein Problem. Das stimmt aber nicht. Das dürfte richtig sein. Nee, das stimmt nicht. Weil die Tabelle darunter zeigt nur noch 72.000 Gesamtdifferenz an. Herr Marx, was ist denn da los? Ich habe sogar eine Millionendifferenz. Ach, warte mal. Ha, pass mal auf. Du musst nämlich das anders sehen. Du musst nämlich unten mal, ha, ha, du musst auch mal geschickt sein. Du darfst nämlich nicht ganz rechts gucken, weil der Marx hat dann nämlich so ein bisschen Mitdenken eingebaut. Weil ganz links hast du KW4, danach KW3, danach KW2, danach KW1. Aha. Dann KW3. Ja, der Marx hat da ein bisschen Mitdenken eingebaut. Ist eine schöne Umschreibung für, du hast es ein bisschen verkackt. Das sieht doch ganz nett aus, oder? Das ist völliger Schwachsinn. Sehe ich jetzt erst. Ja, liebe Kinder, der Graf, das besucht, ist momentan verkehrt rum. Ist jetzt von rechts nach links zu lesen, wie man das so kennt. Wie das normal ist in Deutschland und europäischen Ländern. Soweit ist es schon gekommen mit den Flüchtlingen. Jetzt ist es wieder Graf auf Nötig, ist schon vor rechts nach links. Oh, 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 oh. So schnell geht das. Und schon haben wir 500 AfD-Hörer mehr. Vielleicht sollten wir was mehr machen, dann haben wir noch mehr Hörer. Aber um eine Äte sein, die will ich nicht haben. Tatsächlich, falls jemand unserer Hörer ist, der AfD wählt oder AfD mit der AfD sympathisiert, bitte einfach abschalten. Bitte einfach nicht weiter zu hören. Wir tun uns einen großen Gefallen mit. Das haben wir nicht nötig. Was ist deine Gesamtdifferenz letzte Woche? Ich habe 172.642. 169.000. Das heißt, wir liegen gerade mal 3.000 nebeneinander. Dein Ernst? Deswegen muss ich jetzt einen Euro zahlen für 3.000 falsch getippte? Man muss auch sagen, wir hatten letzte Woche drei Filme zu tippen. Robinson Crusoe, Chiller of Duty, die Tatortverfilmung und Gänsehaut. Robinson Crusoe hat 129.000 Besucher ins Kino gezogen. Die Tatortverfilmung im Kino, Chiller of Duty, weniger, nämlich 109.000. Das hätte ich echt nicht gedacht, dass das Ding zu groß startet, Robinson Crusoe. Ich hätte auf jeden Fall gedacht, dass Chiller of Duty die Kinocharts rocken wird, aber ist definitiv nicht eingetreten. Aber Gänsehaut hat respektable 87.000 Leute am Startwochenende ins Kino gejagt. Das hätte ich wiederum auch nicht gedacht. Was jetzt das auf das Ranking in den Charts macht oder so etwas, können wir euch nicht sagen, weil wir relativ früh schon aufnehmen. Wir nehmen nicht am Dienstagabend auf und die Statistiken werden erst am Mittwoch generiert. Das heißt, sobald ihr unsere galante Stimme in eurem galanten Ohr, mit so ein bisschen Ohrenschmalz hört, dann könnt ihr bereits in die Statistiken reingucken und ihr seid schlauer als wir. Nutzt diesen Vorteil. In der Regel sind wir immer besser, schlauer und intelligenter als ihr. Wir möchten euch aber auch nicht als ganz dumm dastehen lassen. Von daher, nutzt den Vorteil, genießt ihn. Die nächsten Jahre werdet ihr dieses Gefühl nicht mehr haben. Ich habe immer noch Toffeefehl in der Fresse kleben. Das ist 20 Minuten her, dass du das gegessen hast. Da kann ich langsam runtergeschluckt sein. Zwischenzeit waren wir zwei, vier, sechs. Sechs habe ich schon gegessen. Ah, okay. Dann fange ich gleich mal an mit einem Film, den ich diese Woche gesehen habe. Sehr gerne. Über den wir letzte Woche sprachen. Du sagst letzte Woche noch, du hast davon noch gar nichts mitbekommen. Tauchte irgendwie für dich jetzt etwas aus der Versenkung auf. Was gar nicht schlimm ist, weil tatsächlich ein Film ist, der glaube ich vor allem in England sehr viel Beachtung gefunden hat. Das ist ein britischer Independent Film, der bei den British Independent Film Awards auch, ich glaube, zwei, drei Preise gewonnen hat. Es handelt sich um Suffragette, einen Film von Sarah Gavron, die mir tatsächlich nichts sagt, der aber geschrieben wurde von Abby Morgan, der Drehbuchautorin, die unter anderem auch The Iron Lady und Shame geschrieben hat, die in den letzten Jahren ja auch durchaus Beachtung gefunden haben. Ich bin gerade etwas irritiert, weil es keinen Wikipedia-Artikel für diesen Film gibt. Aber das soll mich nicht daran hindern, zu erzählen, worum es in diesem Film geht. Komm, stürzt die Wikipedia ab oder es gibt keinen Artikel, sind wir quasi blank. Tatsächlich nutze ich ja sonst Wikipedia für Filme eigentlich nicht so, aber das ist halt so übersichtlich, dass es für Nerd Talk nutze ich das immer gerne, weil da hilft es, finde ich, es ist einfach eine gute. So, jetzt habe ich es auch. Worum geht es in Suffragette? Suffragette ist eine Bezeichnung, also der Titel des Films Suffragette, der im Deutschen tatsächlich, ich habe das schon ein paar Mal gehört, Suffragette ausgesprochen wird. Ich weiß nicht, wie das in der deutschen Synchrofassung des Films sind, ob das tatsächlich ein Begriff ist, der im Deutschen so deutsch ausgesprochen wird. Ich bleibe mal bei Suffragette, weil ich ihn auch in der OV gesehen habe, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Es ist eine Bezeichnung, die eine Frauenbewegung in Großbritannien, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, also 1912 spielt der Film so in der Zeit, eine Bezeichnung, die eben dieser Frauenbewegung gegeben wurde, die sie dann auch, oder ich glaube, wurde ihnen gegeben und sie dann angenommen, also durchaus auch eine abwertende Bezeichnung für Frauen, die sich für das Frauenwahlrecht einsetzen. Und diese Suffragettes haben das versucht mit durchaus gewaltsamen Methoden, also haben tatsächlich öffentlich protestiert, haben Schaufenster eingeworfen, haben tatsächlich versucht durch eine öffentliche Aktivität und durch einen öffentlichen Widerstand gegen die Politik und gegen die zu dem Zeitpunkt rein männliche Politik zu demonstrieren, um zu zeigen, wir sind ein genauso wichtiger Teil der Bevölkerung wie ihr und es gibt kein Wahlrecht für Frauen, weder passiv schon gar nicht und aktiv auch nicht und das muss geändert werden, was natürlich auf wenig Begeisterung gestoßen ist bei den männlichen Politikern und auch bei den Adeligen in England ja zu der Zeit. Und dieser Film begleitet nun Maud, die gespielt wird von der wunderbaren Carrie Mulligan, eine Wäscherin in einem großen industriellen Wäschereibetrieb, Anfang 20, hat einen kleinen Jungen, ein Ehemann, ist eigentlich total zufrieden mit ihrem Leben, ist im Grunde in dieser Wäscherei aufgewachsen und stellt dann eines Tages fest, okay, hier schmeißen irgendwie Frauen die Scheiben ein und eine Arbeitskollegin von mir erzählt irgendwie was von Frauenwahlrecht, okay, und fängt an sich damit zu beschäftigen und stellt fest, hey, fuck you, natürlich brauchen wir ein Frauenwahlrecht, kann ja wohl nicht sein. Und so beobachten wir also ihren Weg, wie sie in diese Bewegung mit aufgenommen wird, wie sie mit den anderen Frauen zusammen demonstrieren geht und wie dieser Protest immer weiter eskaliert und sehen sozusagen über diese fiktive Figur der Maud diese durchaus realhistorischen Ereignisse um dieses Suffragette-Movement und deren Aktionen und deren Probleme und Hürden in eben der Gesellschaft, die sie versuchen zu verändern und aus der sie versuchen ein Frauenwahlrecht oder in der sie versuchen ein Frauenwahlrecht möglich zu machen. Das ist ganz spannend, ich habe, also du sagst ja selber, der Film ist jetzt nicht so in der Breite und auch nicht so bekannt, trotz alledem habe ich eine Bekannte, die in den Film reingegangen ist und auf Twitter ein Kurzfazit abgegeben hat, es heißt heftig, was die Frauen damals auf sich nahmen, um für Gleichberechtigung zu kämpfen, danke dafür. Ist der Film tatsächlich so, ja, skrupellos klingt jetzt so ein bisschen effekthascherisch, aber so deutlich, so ernst, wie sehr sich die Frauen dort eingesetzt haben oder ist das vielleicht, weil es eine Frau gesehen hat, dass sie sich besonders damit identifiziert hat? Wie hast du den Film empfunden? Finde ich tatsächlich, Letzteres finde ich, ist eine sehr schwierige Frage natürlich, die zu stellen auch nicht ganz einfach ist, die aber glaube ich tatsächlich, tatsächlich einfach nicht uninteressant ist, wenn man sie eben richtig, richtig angeht, weil ich war tatsächlich mit Betty und einer weiteren Freundin im Kino und mir gefiel er deutlich weniger gut als die anderen beiden, was ich einfach interessant fand. Was ich, glaube ich, nicht darauf beziehen würde, dass ich irgendwie ein Problem mit der Frauenbewegung habe und das alles doof finde, was, ne, deswegen, man muss damit vorsichtig sein, weil ich glaube, es ist allen Neuerern bewusst, dass das nicht der Punkt ist, den wir hier machen wollen. Tatsächlich ist der Film sehr, was heißt skrupellos, der Film macht sehr deutlich, welche Gesellschaft Anfang des 20. Jahrhunderts Frauen dazu getrieben hat, so weit zu gehen, dass sie sagen, okay, wir reden bringt nichts, Diskussionen bringt nichts, wir schmeißen jetzt Steine, wir haben keine andere Wahl und das schafft der Film tatsächlich den, sozusagen den Hintergrund dafür, dass es so eskaliert, derartig in der Breite auch darzustellen, dass du als Zuschauer nicht an dem Punkt bist, wir sagen, jetzt schmeißen die Frauen die Fenster ein, meine Güte, das muss aber nicht sein, sondern du denkst, klar, was willst du machen, wenn du keine Macht hast, wenn du vollkommen machtlos in einer Gesellschaft bist, in der du kein Wahlrecht hast und damit ja im wahrsten Sinne des Wortes keine Stimme hast, was willst du anderes machen, als verdammt nochmal Scheiben einzuschmeißen und das ist eine Dringlichkeit, die der Film tatsächlich schafft zu transportieren. Du hast natürlich verschiedene Frauenfiguren unter anderem auch gespielt, von Helena Bonham Carter in einer großartigen Rolle und du siehst auf allen Ebenen der Gesellschaft, auf allen Ebenen des alltäglichen Lebens die systematische, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes systematische, denn vom System ausgehende Unterdrückung von Frauen, also sei es der Ehemann verwaltet die Hauskasse. Ganz kleine Szene, die nicht thematisiert wird, du siehst einfach nur, sie gibt ihr Gehalt am Ende des Tages ihr Mann und er schließt es in die gemeinsame Kasse und stellt sie irgendwie in den Schrank. Das ist eine winzig kleine Szene, die aber natürlich, die mit dazu beiträgt, dass du auf allen großen Ebenen, also der Mann entscheidet über seine Ehefrau, ob sie an diesem Movement teilnehmen darf oder nicht. Andere Männer müssten dann ihre Frauen, müssten ihre Frauen eigentlich auslösen und weigern sich sozusagen die Kaution zu bezahlen. Die Parlamentsabgeordneten lachen die Frauen aus, die Polizei verhaftet die Frauen und schlägt sie grundlos zusammen und so gibt es immer weitere Stufen der Eskalation, die aber den Film bis in die kleinste Ebene durchdringen, eben bis hin zu wirklich winzigen Momenten wie dieser Haushaltskasse, wodurch eben das System von Unterdrückung, das alltägliche, allgegenwärtige, systematische Unterdrücken eines Geschlechts tatsächlich mit dieser Dringlichkeit transportiert wird, was ziemlich beeindruckend ist. Ist es auch beeindruckend, weil es so gut gespielt ist? Ja, das ist sicherlich, ja, das trägt sicherlich dazu bei. Helena Bonham Carter, brauchen wir nichts zu sagen, ist einfach eine großartige Schauspielerin. Carrie Mulligan genauso. Meryl Streep spielt in nur einer sehr kleinen Szene mit, aber sie spielt die Anführerin dieser Bewegung, die auch tatsächlich historisch, ähm, historisch natürlich verbürgt ist, Emmeline Pankhurst, äh, die, die, also, äh, tatsächlich diese Frauenbeziehung, äh, diese Suffragette-Movement, ähm, angeführt hat. Es sind alles fantastische Schauspielerinnen, die auch genau diese Verbitterung zeigen, die zeigen, dass es, ähm, das ist, dass es, wie, wie sehr das dich fertig macht, wenn du jeden Tag wieder aufstehst und in einer Gesellschaft lebst, die dich als ein minderwertiges, ähm, die dein Geschlecht als ein minderwertiges Geschlecht wahrnimmt, die dich damit als minderwertige Person oder als, als minderbemittelte Person. Also ich meine, die, auch die Argumente, die damals dann geführt wurden, die man hier im Film natürlich einfach, so wie sie da ausgesprochen wurden, auch, auch, auch entgegengeworfen bekommt. Also Frauen sind gar nicht reflektierend und intelligent genug, um ein Wahlrecht zu sagen. Die werden damit völlig überfordert. Man muss die, man muss die Frauen im Grunde vor sich selber schützen, weil sie einfach zu dumm sind zu wählen. Ist halt so. Meine Güte, sind wir doch mal ehrlich. So, und das ist, das ist was, was der Film zeigt und wo, wo der Film natürlich, wo du, wo du den Frauen anmerkst, wie verbissen sie versuchen, nicht auszurasten. Also wie sehr sie, wie sehr sie auch teilweise eben versuchen, unter Kontrolle zu halten, um vernünftig mit den, mit den, mit den, mit den, mit den Herrschenden zu reden, wenn man diesen, diesen Sammelbegriff nehmen möchte. Und das ist ziemlich beeindruckend und schafft eben eine gewisse Tiefe im Spiel, die auch genau auf diese Dringlichkeit hinweist, auf dieses, dieses, diese elementare Notwendigkeit für Gleichberechtigung, die der Film natürlich zum, zum Ziel hat. Kommt das Ziel denn auch tatsächlich so an? Also wirkt der, das ist eine interessante Frage. Kommt der Film mit einem erhobenen Zeigefinger an? Dokumentiert er eher? Baut der sogar schon fast eine dramatische Wendung ein? Wie ist so der Stil des Films? Er versucht leider eine Mischung aus zweien davon und das funktioniert nicht ganz so gut. Also er versucht ein bisschen, also erhobene Zeigefinger keinesfalls. Er zeigt einfach, das war Anfang des 22. Jahrhunderts. Ich meine, da braucht man auch nicht mit dem Zeigefinger kommen. Das Frauenwahlrecht ist in, zumindest in England, in, in Westeuropa erreicht. Es gibt am Ende des Abspanns eine schöne, oder vor dem Abspann gibt es eine schöne Liste, wo einfach durchläuft, welche Länder wann das Frauenwahlrecht dann auch tatsächlich bekommen. In England hat es noch bis 1928, glaube ich, gedauert. In Deutschland war es irgendwie 30er, glaube ich. In der Schweiz war es 1975, das Frauenwahlrecht. In den Arabischen Emiraten ist es 2015. Also wo auch der Film auf, nur durch diese einfache Liste am Ende aufzeigt, das ist zwar natürlich in den meisten Ländern der, wie es immer so schön heißt, westlichen Welt, ist es Frauenwahlrecht ein selbstverständlicher Teil des Alltags, wenn auch in der Schweiz erst seit 30 Jahren, aber 40 Jahren. Aber es ist ein Kampf, der weitergehen muss und der überall auf der Welt weitergeführt werden muss, weil es eben Länder gibt, in denen das nicht der Fall ist und in denen natürlich diese Gleichberechtigung noch lange nicht in dem Maße durchgesetzt ist und wo es gewissermaßen auch die Verantwortung aller Menschen ist, für diese Gleichberechtigung weiterzukämpfen. Insofern ist es kein erhobener Zeigefinger, sondern einfach eine fucking Tatsache, der man sich stellen muss und die der Film auch als solches einfach zeigt, anhand dieses historischen Abrisses. Was er versucht aber tatsächlich zu vermischen ein Stück weit, was nicht ganz aufgeht, ist das Dokumentarische oder was heißt Dokumentarische, aber das Dokumentieren von historischen Ereignissen. Er hat zwischendurch so ein bisschen den Gestus von einem Geschichtsbuchartikel irgendwie und dann ist das passiert und dann ist das passiert und dann war das und das und dann war dieser Tag und dann war da dieser Aufstand. Und gleichzeitig aber eine sehr persönliche Geschichte über diese Frau, Mord, diese fiktive Frau, Mord und ihre Verstrickung in diese realhistorische Bewegung zu zeigen. Und da schafft er nicht immer die Balance und leider geht das sehr, sehr, sehr zu Kosten der Figurentiefe. Und am Ende des Films, und das ist leider das große Problem, weswegen ich ihn am Ende nicht gut genug finde oder nicht so gut finde, wie er hätte sein können und hätte sein müssen. Dadurch fehlt für mich sehr, sehr, viel Tiefe bei den Figuren und ich habe es nicht geschafft, wirklich zu diesen Figuren eine Beziehung aufzubauen und wirklich das Gefühl zu haben, dass ich mit den Figuren, natürlich liegt es sicherlich auch daran, dass ich ein männlicher, weißer Westeuropäer bin, der privilegiert noch nicht sein könnte, aber nichtsdestotrotz fiel es mir sehr schwer, die notwendige Bindung zu den Figuren zu finden, was glaube ich daran liegt, dass das Drehbuch diese Figuren leider einfach teilweise sehr verflachen lässt zugunsten von historischen Ereignissen und deren Aufarbeitung. Was bleibt denn dann unterm Strich übrig? Ist der Film jetzt empfehlenswert oder dass er nicht empfehlenswert? Ist auf jeden Fall empfehlenswert, ich habe auch jetzt gerade wahnsinnig lange geredet, ich weiß gar nicht, wieso ich über diesen Film so lange geredet habe, tut mir sehr leid. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, zeigt einfach eine wichtige historische Phase, die natürlich nicht historisch abgeschlossen und zu den Akten gelegt werden kann, sondern wie ich gerade sagte, die nach wie vor eine große Bedeutung hat und erzählt das Ganze sehr schön und ist insofern ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, kann man sich auf jeden Fall gut angucken, drei von fünf Sternchen, leider eben nicht so gut, wie ich gehofft oder erwartet hätte. Da hätte man einfach mehr daraus machen können, das Drehbuch hat einfach ein paar Schwächen, bedauerlicherweise. Nichtsdestotrotz ein wichtiger Film, der leider auch bei den Awards, eben nur bei den British Independent Film Awards abgeräumt hat und sonst ein bisschen auch untergegangen ist, international, aber naja. Behaltet es im Blick, vielleicht ist das auch ein Film für euch. Ich bin jetzt echt gespannt, wir sprechen über einen Film, den ich schon gesehen hatte und den ich jetzt nicht so wahrlich gut bewertet habe, beziehungsweise eher so zwiegespalten, so muss man es ja sagen. Ein großer Oscar-Anwärter, ich weiß gar nicht spontan, wie viele Oscar-Nominierungen er hat, es geht um The Big Short und ja, den habe ich gesehen, fand ihn nicht so toll, geht da ja um die Weltwirtschaftskrise sozusagen, wo vier Investmentbanker sich darum gekümmert haben, genau diesen Zusammenbruch des US-Immobilienmarktes und damit im Grunde auch der ganzen Weltwirtschaft vorauszusehen und dann, ja, ich sag's mal so oberflächlich wetten, darauf abzuschließen, dass die Weltwirtschaftskrise eintritt und damit eigentlich, ja, die Banken vorführen und auf der anderen Seite auch die große Hoffnung aufs große Geld haben wollen. Du hast ihn jetzt auch gesehen und ich bin sehr, sehr gespannt, wie du diesen Film empfunden hast. Ja, ähm, tatsächlich, äh, was, fass nochmal deine Kritik vielleicht zusammen, dann kann ich darauf reagieren. Ähm, ich fand den, ich fand, ich fand, hast du mich gerade unproduktiv genannt oder was? Nein, nein, nein. Nee, nee, hast du meine Mutter gerade fett genannt oder was? Deine Mutter ist fett, Mann. Deine Mutter zieht LKWs bei DSF. Es geht, äh, deine Mutter zerreißt Telefonbüche, aber was denn das? Äh, deine Mutter liegt unter der, unter der Supermarktkasse und macht Piep. Deine Mutter isst Kürze mit den ganzen Früchten. Bam, so. Also, was deine Mutter macht, Passfotos mit Google Earth. Wie fandst du The Big Short für? Erzähl doch mal. Ähm, ich fand ihn in sich eigentlich ganz nett. Das Zynische war ganz lustig, äh, fand ich ganz, äh, gut aufbereitet. Ich fand Christian Bale hervorragend als einen Investmentbanker, der total, äh, ja, jegliche Konvention eines solchen Bankers bricht, indem er laute Heavy-Metal-Musik im Büro hört und, äh, mit nackten Füßen durch die Gegend drinnen, weiß ich nicht alles. Ich fand die Einspieler ganz toll, ähm, wo gewisse Begriffe, ähm, dann, äh, von schönen Frauen in Badewannen erläutert wurden. Bin aber tatsächlich ziemlich schnell ausgestiegen, ähm, so ab der Hälfte, weil dann sehr viel sehr schnell hintereinander passiert und ich bin schlichtweg nicht mehr hinterhergekommen. Und hab deswegen den Film, äh, nicht in seinem gesamten Inhalt, äh, verstanden und, äh, du warst es ja auch, ich müsste es nochmal raussuchen, äh, der auch einen Honest-Filmposter vorgelesen hat, ähm. We don't know what's going on, we just know it's very bad, sinngemäß. Richtig, ganz genau und, äh, das ist es vielleicht auch, was, ähm, ja, da hab ich ja dann mit, äh, lautem Geschrei dann auch, äh, zugestimmt. Kann ich total verstehen, ging mir genauso. Hier, warte da, jetzt hab ich den Spruch, äh, the what the fuck of Wall Street, you, you won't know what the hell is going on, yeah, just, you know, it's bad. Ja, ähm, find ich spannend, dass du das, also, ich finde, also, ne, ich stimme dir vollkommen zu, ging mir auch genauso, auch, ich hab irgendwie nach der Hälfte des, also, ich hab wirklich gekämpft und versucht zu verstehen, was zur Hölle da passiert, hab's einfach aufgegeben und bin aber, also, tatsächlich hab ich nicht, hab ich auch aufgegeben, weil ich gemerkt hab, ich versteh das wirklich nicht, ähm, hab aber auch aufgegeben, weil ich mir sehr sicher bin, dass der Film es gar nicht darauf anlegt. Und das fand ich ziemlich gut, deswegen würde ich, ist es bei mir, ist das einer der Gründe, warum ich den Film so gut fand, weil man nicht versteht, was da passiert. Jetzt bin ich gespannt, wie du da den Bogen bekommst. Ja, tatsächlich, äh, gerne. Ähm, tatsächlich, ähm, hat, also, was der Film erzählen möchte, ist ja im Grunde, ähm, nicht, nicht, er ist ja schon, schon, insofern untypisch für diese Finanzbanking-Filme, Wall Street, Wolf of Wall Street und so weiter, ähm, in denen es irgendwie immer darum geht, dass die Leute ihren Reichtum feiern und dann nicht, also, diese, diese persönliche Geschichte, Aufstieg und Fall, äh, des, 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 des Überheblichen, des, 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 desjenigen, der zu viel wollte und dann zu tief gefallen ist, also, das ist ja im Grunde das, womit diese, diese Filme arbeiten. Ähm, das macht The Big Short nicht, denn The Big Short hat zunächst einmal gar keine Hauptfigur, sondern, ähm, das, was ich, weswegen ich es spannend finde, dass Christian Bale für den besten Nebendarsteller nominiert ist, weil ich auch behaupten würde, der Film hat keinen Hauptdarsteller, und es gibt nur diese völlig, auch völlig, oder ziemlich weit unabhängig voneinander erzählten Geschichten dieser, dieser, dieser verschiedenen Investmentbanker und, oder derer, derer Teams im Falle von, 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 von Steve Correll, ähm, wo es nicht darum geht, den einen zu zeigen, der irgendwie, äh, eben aufsteigt und fällt, sondern es sind vier Menschen, die aufgrund von gewissen Analysen und von gewissen Fähigkeiten und Wissen, das sie haben, oder aufgrund von, von, von irgendwie sneaky, ähm, äh, äh, Verhandlungstechniken, ähm, äh, erahnen, dass die, dass diese große, ähm, Immobilienkrise kommen wird und rechtzeitig dafür sorgen, dass sie davon im Zweifelsfall, ähm, profitieren und es ist kein Film, der sozusagen diesen, diesen, äh, geldgeilen Partybanker zeigt, sondern der über diese gar nicht persönlich gebundene Geschichte, ähm, die, die eben nicht, diese, diese, diese eine Heldenfigur hat, über diese Geschichte versucht, ähm, das wäre meine These, ich weiß, wäre, wäre gespannt, inwiefern du da vielleicht zustimmst oder nicht, der versucht, darüber zu zeigen, dass diese ganze Immobilienkrise und überhaupt der Finanzmarkt, ähm, ähm, einen Grad von Komplexität und von Bedenklichkeit erreicht hat, der das System zum Einsturz bringt und zwar genau aus dem Grund, dass es keiner mehr kontrollieren kann und aus dem Grund, dass es keiner mehr versteht. Kein Mensch blickt mehr durch, was da eigentlich passiert. Natürlich gibt es sicherlich diese 10, 15 Menschen auf der Welt, die verstehen, was da abgeht und die irgendwie tief genug in der Materie sind, aber das ist ja etwas, was man auch in den, in den, in den, ja, seit, seit 2007 immer wieder durchgekauten, was ist da schiefgelaufen, wo waren die Probleme, wer war schuld, Artikeln und Aufbereitungen und Dokus und so weiter, immer wieder, immer wieder als Feststellung hatte, das ganze System ist so hochkomplex, dass da kaum jemand durchsteigt, nicht mal die Menschen, die darin agieren, also die Banker selber und natürlich ist es auch eine pauschalisierende Aussage und natürlich vereinfacht das Ganze auch ein Stück weit, aber ich glaube, das ist das, was der Film zeigen möchte und auch mit dem Ausblick am Ende, dem Abspann, ähm, im Grunde genau das, das zeigt, das ist, das ist nichts, was sich kontrollieren lässt, das System ist so groß geworden und es ist so abstrakt, in dem Moment, wo Geld entsteht, was nicht real existiert, haben wir echt verdammt was falsch gemacht und sollten uns dringend Gedanken darüber machen, wie wir die Kontrolle darüber zurückerlangen können und ich glaube, dass es deswegen, ähm, gar nicht der Punkt des Films ist, dem Zuschauer das verständlich zu machen. Ich stimme dir häufig bei Thesen zu, bei dieser nicht, also das, äh, nee, das, der Film erzählt ja tatsächlich genau diesen, äh, Rise and Fall, aber eher Fall of Financial Systems sozusagen und, äh, erklärt ja auch diverse Begriffe und, äh. Aber ohne sie wirklich zu erklären, also die Erklärung helfen dir ja nicht und ich glaube, die wollen dir auch nicht helfen. Ja, äh, siehst du jetzt tatsächlich, äh, The Big Shot als einen, äh, großen Kunstfilm an, der, äh, mit vielen guten Leuten besetzt ist, der, äh, Begriffe ja trotzdem erklärt hat und als zentralen Punkt, der, äh, Fallen der Weltwirtschaftskrise hat, äh, der, jetzt muss ich gucken, zwei Stunden, zwei Stunden elf läuft und als Ziel hat, den Zuschauer so zu verwirren, ähm, dass er verwirrt aus dem Kino rausgeht. Das ist nicht das Ziel des Films, glaube ich, und das ging mir so auch nicht. Also ich weiß nicht, wenn, warst du denn verwirrt nach dem Film oder, ähm? Ja, nein, ich bin letztlich verwirrt, äh, also mir hat dieser Film ja tatsächlich nichts gebracht, mir hat der Film, weil ich, du hast es, sagst es ja auch selber genauso wie du, äh, dicht gemacht habe ab dem Zeitpunkt, weil ich einfach kognitiv überfordert war, weil dieser Film so unfassbar schnell erzählt und dementsprechend, äh, man, man, man gar nicht hinterherkommt. Ich würde übrigens behaupten, dass die Begriffe durchaus erläutert werden, nur die werden in, äh, kurzen Zwischensequenzen erläutert oder du kriegst sie über, ähm, Kommunikationen mit, ohne dass du besonders subtile Unteruntertöne hören musst, sondern du verstehst einfach viele Begriffe, nur, ähm, diese Begriffe haben ja, äh, zum Beispiel jetzt, äh, ja, den, äh, wie, wie war das, die Wette auf das Erfüllen von Wetten, gibt es auch nochmal einen Namen, ähm, äh, was das für Auswirkungen hat, wird erläutert, ja, wird in so einer Ein-Minuten-Sequenz erläutert und dann wird es aber wie selbstverständlich angewandt und, äh, du musst als Zuschauer immer wieder ganz schnell dir die, 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 den, äh, die Bedeutung des Begriffs und auch die Auswirkungen des Begriffs vor Augen führen, ins Gedächtnis rufen und dir kurz bewusst machen, aber in der Zeit sind zwei, drei weitere Wirtschaftsbegriffe gefallen, die du auch schon bereits kennst, aber die du dann ja auch erstmal aufgrund dessen, dass du vorher noch nichts Großes mit dem zu tun hattest, dir erneut die Darstellen, äh, also vor Augen führen musst und dann verlierst du tatsächlich den Kontakt. Und was bringt es mir, äh, diesen, oder wenn, selbst wenn der Film es erreichen möchte, die Komplexität und die Unkontrollierbarkeit des Weltwirtschaftssystems aufzuzeigen, dass keiner mehr da durchsteigt, dann muss, dann muss es doch oberste Prämisse sein, dafür zu sorgen, dass tatsächlich der Zuschauer diese Erkenntnis bringt und nicht aus dem Film rausgeht und sagt, ich habe das Gefühl, dass das alles, äh, was mir hier erzählt wird, schon richtig ist und seine Schlussfolgerung hat, aber ich, in Klammern, ich Laie, steigt da sowieso nicht durch, ich bin ausgestiegen. Das wird ja, das suggeriert ja, das suggeriert ja, dass die Banker, also wenn der Zuschauer mit dieser These rausgeht, ich hab's nicht verstanden, weil es ist zu komplex mir gewesen, ich bin ausgestiegen, aber das, was ich in diesem Film gesehen habe, müsste stimmen, das hört sich alles logisch und schlüssig an. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die Banker ja durchaus, ähm, die Kontrolle über ihr System haben, weil du das als Zuschauer diesen ja gerade zuschreibst, weil die da, die haben das verstanden, die machen das schon richtig, klingt ja alles plausibel. Ich finde es schön, wie du das beschrieben hast, weil im Grunde würde ich dir in allen Punkten, die du gerade genannt hast, zustimmen. Warum sagst du dann, was ist gegenteiliger von mir? Nein, in der Beschreibung dessen, was der Film macht, würde ich zustimmen, oder was passiert im Film, ich würde nur die Funktion dessen anders bewerten. Denn was du gerade beschrieben hast, beschreibt wunderbar die Rhetorik des Films, die nämlich genau so funktioniert, wie die Rhetorik der Bankmenschen in diesem Film und tatsächlich auch die Rhetorik, die dazu geführt hat, so der Film zumindest, wenn ich seine These da daraus lese, dass die Krise so weit kommen konnte. Du hast Hypotheken-Makler, die dir Hypotheken aufschwatzen. Wie machen sie das? Sie scheißen dich zu mit Fachbegriffen, bist am Ende nur noch nix und sagst, ja, verstehst kein Wort, aber du nix und sagst, ja, machen wir genau so. Und plups ist die Blase da. Jetzt sehr verknappt natürlich. Und das ist was, was der Film, genau wie du gerade sagst, repliziert, indem er zum Beispiel diese nicht, also so und so, hier ist die Metapher, hier sind ganz viele Leute, die wetten alle aufeinander und dann passiert das und das und das und dann ist das und das. Das ist doch klar, oder? Und du hast als Zuschauer gar keine Zeit, das zu verstehen und ich finde, das ist was, das der Film sehr intelligent macht und ich finde, er bricht, also ich finde, er reflektiert oder er macht das sehr deutlich im ersten Moment, schon in der ersten dieser Einspielsequenzen, wo er kurz einhakt, okay, das lassen wir euch jetzt erklären, von, wie heißt sie, von der Stauspielerin, deren Namen mir entfallen ist, die in Wolf of Wall Street, kein Zufall, bin ich mir sehr sicher, in Wolf of Wall Street die Frau gespielt hat, in einer Blasen, mit Schaumblasen gefüllten Badewanne, das ist so abgefahren und so skurril, dass du jetzt versuchst, Finanzbegriffe durch eine halbnackte Frau mit Champagner in der Badewanne erklären zu lassen, dass ich mir absolut sicher bin, dass der Film diese Erklärung selber nicht ernst nimmt, sondern dir zeigen möchte, auf welcher oberflächlichen Ebene mit Begriffen um sich geworfen wird, die keiner mehr versteht, die keiner mehr durchblickt, was ja der Film selber immer wieder zum Thema macht, dass die Leute selber nicht wissen, wie diese Begriffe eigentlich eins sind oder was diese Begriffe eigentlich bedeuten und diesen hohen Abstraktionsgrad des Finanzsystems und das daraus resultierende Kollabieren dieses Systems, das sich irgendwann natürlich nicht mehr selber tragen kann, finde ich, schafft der Film durch seine eigene Erzählstruktur und durch seine eigene Rhetorik sehr, sehr ausgezeichnet zu vermitteln als ein Gefühl, nicht als einen kognitiven Verstehensprozess, weil da, wo nichts mehr zu verstehen ist, weil das System so abstrakt ist, dass es einfach de facto nichts mehr, kein Objekt mehr gibt, was dahinter ist, das noch Bedeutung hat oder was das Verständnis erfordern könnte, sodass dem Film gar nichts anderes bleibt, als die Finanzkrise nicht zu erklären, sondern sie für dich erfahrbar zu machen. Das Gefühl von Kontrollverlust, von Verständnisverlust, von einem Überrollen oder von einem Überrollt Werden und das schafft der Film. Aber der Film stellt ja genau solche Leute dar, die die Finanzkrise durchblickt haben, die es unter Kontrolle haben, die sie sogar vorausschauen können. Das heißt, wenn man da einer These folgen möchte, muss der Film doch eigentlich die Banker zeigen, die voller Geldgeilheit oder vielleicht sogar tatsächlicher Überzeugung Immobilien verhökern, weil sie sagen, das ist der beste Invest schlechthin und dann knallt denen die Weltwirtschaftskrise um die Ohren und dann hast du ja tatsächlich die Unkontrollierbarkeit. Das kannst du auch wunderbar aufziehen, irgendein ganz großer Manager oder irgendein großer Konzern. Lehman Brothers ist daran ja auch kaputt gegangen. So, dann hätte man doch die Geschichte von Lehman Brothers erzählen können. Die in irgendeiner Form ja auch auf der Blase aufgesessen sind, um dann im Grunde auch die Dramatik und Unkontrollierbarkeit des Weltwirtschaftssystems aufzuzeigen. Aber in diesem Fall gibt es vier Stück, die haben es verstanden. Ja, du machst es nur an Figuren fest. Das ist nicht der Punkt. Ja, natürlich. Der Film sollte mir erzählen, was das Problem ist. Nee. Das ist ja eine sehr, also das ist ja jetzt eine sehr eingeschränkte Sichtweise auf Film, dass es darum geht, dass du, also dass das, was du als Zuschauer empfinden sollst, notwendigerweise auch die Figuren auf dem, auf der Leinwand empfinden müssen, ist ja in den seltensten Fällen der Fall. Also sonst würden, wo wir gleich noch zu kommen werden, Tarantino-Filme nicht funktionieren, weil du sonst große Schmerzen und große Depressionen erleiden würdest als Zuschauer. Und, also das ist, das ist, das ist ja glaube ich ein Kurzschluss, die Figurenemotionen auf den Zuschauer zu übertragen. Ähm, und was de facto ja der Fall ist, es gibt eine Figur in diesem Film, nämlich Christian Bale, der das durch, durchblickt, der weiß, es wird diese Krise kommen. Alle anderen sind von ihm abhängig. Also keiner von den anderen versteht selber, was da passiert. Sie wissen, dass es kommen wird und sie wetten darauf, weil sie es gehört haben und weil sie es irgendwie nachvollziehen können und nachrechnen können, aber wirklich durchblickt hat es nur, nur Christian Bale von dem ausgehend, ähm, dass das durchsickert und ja an Informationen weitergegeben wird, an die anderen, die nur clever genug sind, darauf zu wetten. Und, also hast du damit ja diese Figuren, die, die aus Geldgeilheit agieren und dem Ende ja auch brechen. Ich finde das Ende ganz wunderbar, also kein großer Spoiler, weil, also ich meine, haha, es kommt eine Finanzkrise am Ende des Films, Überraschung, ähm, wo am Ende ja dann auch, auch, auch eine der Figuren sagt, okay, wenn wir das jetzt wirklich, wenn wir jetzt den Scheiß verkaufen, dann machen wir einen Haufen Geld, aber wir machen dieses Geld mit dem Leben von Arbeitslosen und von, von wohnungslosen Amerikanern, die auf, aufgrund derer, derer Verluste, wir dieses Geld machen können. Und sind wir damit nicht genauso schlimm wie die Leute, die diese Krise heraufbeschworen haben? Und, ähm, das ist schon ein großer Unterschied zu, zu Figur, zu dieser, zu dieser Figur des geldgeilen Bankers, der es durch, der es durch, der es, der es, der es durchblickt hat und, ähm, und so weiter und so fort. Auch die haben das nicht durchblickt. Sie wissen, was passiert und sie wissen, was das Ergebnis ist, aber das wissen wir alle. Das Ergebnis ist Finanzkrise und der Grund dafür ist Immobilienkrise und so weiter. Und, ähm, insofern, ja, ich, 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 ich kann es, kann dieses Gefühl, also, wir haben einfach, glaube ich, ein anderes, äh, eine andere Erfahrung nach dem Film, äh, äh, insofern, ähm, würde ich für mich das auf jeden Fall festhalten, dass der Film mir diese Erfahrung vermittelt und ich glaube, das ist das, was der Film vermitteln möchte. Ja, Schmecker sind verschieden, deswegen heißt es Geschmack. Also ich, wie gesagt, ich bleib, ich bleib weiterhin bei meiner Aussage, ich, äh, gehe ja häufig mit dir d'accord und lass mich häufig von dir bekehren. Dieses Mal würde ich tatsächlich sagen, nee, also damit kann ich mich überhaupt nicht anfreunden mit dieser These. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Film sich, äh, verrennt, dass er es ernst meint und, ähm, ja, wenn er tatsächlich die, den Niedergang und den, den Verlust, die Unkontrollierbarkeit des Systems darstellen wollte, da, äh, doch tatsächlich den Fokus auf die falschen Personen gesetzt hat. Aber ich glaube, da werden wir nicht zusammenkommen. Der Fokus auf gar keinen Fall. Also das ist ja, also das ist ja der Punkt. Es gibt keine Figur im Fokus. Es gibt keinen Fokus mehr. Also man, ich glaube, ich glaube, man kann das sehr weit treiben. Man müsste jetzt, man könnte, man könnte jetzt und müsste jetzt, um dieses Argument auf beiden Seiten durchzubringen, in die, in die, in die Einzelanalyse gehen, ähm, und würde dann sicherlich zu genaueren Ergebnissen kommen. Aber für mich auf jeden Fall, und das, das, das soll ja hier auch gar nicht, ist auch gar nicht Platz hier dafür, ähm, für mich die Überraschung des Jahres, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Film. Mich interessieren die ganzen Finanzfilme. Das ist der erste Finanzfilm, ähm, der mir wirklich gefallen hat, der mir, der mir sehr viel gegeben hat, wo ich so glaube, da habe ich einen Mehrwert und nicht nur irgendwie wieder eine blöde Geschichte beim Partybanker. Ähm, finde ich super. Ich wünsche diesen Film und ich hoffe, dass er ihn bekommt mit dem Regie-Oscar. Hat er, finde ich, meines Erachtens total verdient, ist brillant inszenierter Film, der auch auch tatsächlich völlig unabhängig davon, ob das jetzt funktioniert oder ob das, also ob das für, für dich oder für mich funktioniert, ähm, auf jeden Fall inszenatorisch sehr spannend arbeitet, ähm, fantastisch gespielt, ist für mich wirklich ganz, ganz große Klasse, ähm, hätte sogar vielleicht den, 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 den Oscar für den besten Film, ähm, verdient, obwohl er den wahrscheinlich nicht bekommen wird, fürchte ich. Ähm, fünf von fünf von mir für The Big Short. Wow. Ja, Mensch, dann, ähm, mhm, mhm, mhm. Na ja, gut, warten wir mal ab, äh, Oscar-Triebsspiel läuft ja auch noch, kannst ja dann schön fleißig tippen und dann bei The Big Short dann dein Häkchen setzen für den besten Film. Wenn du wolltest. Was hattest du gegeben an Ständen? Ich glaube, drei oder zwei Letterboxes gerade down, das ist das Problem an der Sache. Ich hab's auch gerade, sonst hab ich nachgeguckt. Oh, jetzt funktioniert's wieder. Ah, okay. Ähm, warte, 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 Diary. Äh, da, 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 da. Jetzt muss es nur noch laden. Sieht so schön, dass es ja aussieht, aber diese, äh, es ist dann halt auch ein bisschen langsamer. The Big Short, drei von fünf. Okay, das ist ja auch nicht, nicht so schlecht. Ja, Mittelmaß. Also ich fand, wie gesagt, die Inszenierung ganz toll, aber dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt ausgestiegen bin, hat mich dann doch schon geärgert. Fünf von fünf habe ich dafür gegeben für einen Film, den ich dieses Wochenende jetzt zum zweiten Mal gesehen habe. Du zum ersten Mal. Und ja, ich war ja schon beim ersten Mal bei meiner Sicht von The Hateful Eight total angetan, habe diesen Quentin Tarantino total abgefeiert. Ein großartiges Stück Film. Super packend für die drei, die nochmal ein Fresh-Up benötigen, was die Story betrifft. Geht ja darum, dass es mitten im Winter zwei Auftragskiller gibt, zwei Kopfgeldjäger, die aufgrund eines Schneesturms in Minis Miederwarenladen unterkommen müssen und damit ihre Reise in die Stadt, wo sie ihre Leichen und teilweise auch lebenden Gefangenen abliefern wollen, dann unterbrechen müssen. Und dort treffen sie auf ein paar andere People, Cowboys und was ist da noch so mit dazwischen? Ein Henker ist auch noch mit dazwischen. Und ja, sie wollen dort eigentlich nur gemeinsam warten, dass der Schneesturm vorüber geht und dann alle in die Stadt reisen. Das Problem an der Sache ist, jeder trägt sein Geheimnis in sich. Und so viel sei gesagt, es wird Probleme in diesem Haus geben. Ja, das Problem, ich habe es letzte Woche schon gesagt, den Twist, wenn du sagst, was das für Probleme sind, ist es ein extremer Spoiler. Ja, auf jeden Fall. Und von daher muss man tatsächlich mit so einer oberflächlichen, schon fast reißerischen Inhaltszusammenfassung ins Rennen. Auf die der Film ist, glaube ich, auch ein bisschen anliegt. Also, ehrlich, das ist Tarantino, glaube ich, durchaus bewusst, dass der Film, auch wenn man den Twist verraten würde, das wäre schon auch so ein, naja, ist halt ein Western. Ja, aber nein, Lars, definitiv, 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 wir sprechen nicht drüber. Nein, nein, auf keinen Fall, das wollte ich gar nicht sagen. Das würde ich, da würde ich ausnahmsweise den, also könnte ich nachvollziehen, warum Menschen angepisst wären, wenn man ihnen das wegspoilert. Richtig, genau. So, Dan, du hast ihn dir angeschaut. Ja, in 70 Millimeter Projektionen im Zoopalast in Berlin, in OV mit Untertiteln, wo ich sehr dankbar drüber war. Deutsch oder Englisch? OV? Untertitel. Mit Untertitel. Achso, Untertitel auf Deutsch. Was ich nicht so schön finde, aber ist kein Einfluss drauf insofern. Ja, du hast ihn letzte Woche schon besprochen. Richtig. Ich erinnere mich dann an eine Höchstwertung. Genau, ich habe dem Film tatsächlich fünf von fünf Sternen gegeben, weil ich ihn hervorragend inszeniert fand, weil ich ihn super packend fand. Ich habe jetzt dadurch, dass ich ihn das zweite Mal gesehen habe, kann ich sagen, Kapitel eins fand ich ziemlich langweilig. Kapitel eins ist die Reise und Kapitel zwei, glaube ich, auch noch, fällt mir gerade so auf, halt das Gerede zwischen den beiden Kopfgeldjägern, gespielt von Kurt Russell und Samuel L. Jackson. Fand ich nicht so packend, auch beim zweiten Mal nicht. Spannend und wirklich durchgehend richtig gut wird es dann, sobald sie in Minis Miederwarnladen ankommen und dort verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, zuerst ein bisschen fremdeln und sich doch aneinanderfreunden müssen und dann sich die Lage Stück für Stück immer mehr anspannt. Ganz, 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 ganz toll. Und der Twist, warum und was da jetzt eigentlich Phase ist, auch toll. Ja, kann ich nur unterschreiben. Wunderbar. Gehen wir weiter? Nächster Teil. Nein, kann ich jedem Punkt nur zustimmen. Ich bin, da sehe ich ja durchaus ein Fan von Tarantino. Ich bin nicht so ein Hardcore-Fan, der jetzt das ultra abfeiert, was Tarantino macht. Ich bin aber, glaube ich, deutlich mehr Fan als du. Du sagst ja, als letzte Woche auch schon nochmal betont, dass du mit Tarantino eigentlich nicht so viel anfangen kannst. Reservoir Dogs irgendwie fand ich es relativ langweilig, was ich spannend finde, weil Reservoir Dogs und Hateful Eight im Grunde genau gleich funktionieren. Du packst ein paar halbseidene Halunken in einen geschlossenen Raum und lässt miteinander reden, was im Grunde tatsächlich, also ganz sehr abstrakt jetzt zusammengefasst, aber wo im Grunde, aber glaube ich, tatsächlich auch im Kleineren, da sehe ich viele, viele Parallelen zwischen Hateful Eight und Reservoir Dogs bestehen strukturell. Insofern finde ich es spannend, dass du den nicht so mochtest, aber Hateful Eight so toll findest, aber warum auch nicht. Wieder ein Film, der zeigt, wie viel Filme Tarantino gesehen hat selber, wie gut er sich in der Filmgeschichte auskennt, was man natürlich auch in der 70mm-Fassung merkt. Die hat eine Overtüre, also nicht erstmal einfach nur Musik, acht Minuten glaube ich, dann beginnt der Film. Es gibt eine Pause, die von Tarantino gesetzt wurde. Ja, die gibt es aber ganz offensichtlich überall. Aber gibt es die Frage, also ich meine, ich habe, bevor jetzt das missverstanden wird, ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Pausen in Filmen, wenn diese Pausen vom Kino gesetzt werden. Völlig willkürlich, weil sie nur ein bisschen Popcorn verkaufen wollen. Was anderes ist es, wenn die Regisseure ganz bewusst sagen, da muss an die Stelle eine Pause, die genau diese und jene Länge hat. Gibt es ja. Tarantino macht das zum Beispiel jetzt in diesem Film. Das ist ganz großartig. Genau, und das funktioniert plötzlich. Und da merkt man, dass ich da an dieser Pause, an dieser Stelle, wo dieser Film die Pause hat, nämlich nach Kapitel drei, genau, vor Kapitel, also Kapitel vier setzt einen mit einem Voice-Over. Genau, richtig, ganz genau. Da eine Pause zu machen von, bei uns waren es exakt zwölf Minuten, was meines Wissens die Zeit ist, die Tarantino dafür vorgesehen hat, finde ich wunderbar. Und da macht es eben plötzlich Sinn, eine Pause zu setzen, wenn das im Film ästhetisch begründet ist. Und nicht wie bei Interstellar zum Beispiel, wo du förmlich den Pause-Button siehst, wo wirklich mittel in der Szene, mitten im Satz, der Film einfach anhält. Mit Standbild. Ja, also erbärmlich, IMAX, Sinister IMAX, also der Prestige-Saal schlechter, und sie machen wirklich Pause, also bei Digitalprojektionen geht es ja, und du siehst einfach, sie haben wirklich Leertaste gedrückt. Und dann 15 Minuten später weitergemacht, so ungefähr, ganz erbärmlich. Das ist natürlich hier was anderes. Und genau, das ist eben was, wo dieses klassische Gefühl vom Filmpalast, wo eben der Zoopalast hier in Berlin tatsächlich das ideale Kino für ist, wieder zu erleben. Was eben das ist, wo man merkt, Tarantino möchte, auch ganz bewusst mit The Hateful Eight natürlich ein Western machen, sich in die Western-Tradition einschreiben, sich auch aus der Western-Tradition exzessiv bedienen. Aber gleichzeitig an den Präsentationsmodus oder an den Präsentationsmodus der goldenen Kino-Ära anknöpfen, als es eben noch die großen Filmpaläste gab, wo es vorher Orchester-Overtüre gab und eine Pause zwischendrin. Und all das greift The Hateful Eight natürlich auf, wie das schon Django auch ein Stück weit gemacht hat, denn im Abspann-Design und im Titel-Design und so weiter alleine da schon sich an die große Western-Zeit irgendwie erinnert. Und das macht The Hateful Eight genauso. Und das ist auf ganz vielen Ebenen des Films, allein das schon großartig, macht eine Menge Freude. Ja, du hast gesagt, du stimmst mir in jedem Punkt zu. Stimmst du mir auch zu, dass die ersten zwei Kapitel vielleicht nicht so spannend waren, wie das Zusammenkommen in Minis Miederwahnladen? Auf jeden Fall, ja klar. Die ersten Kapitel sind relativ nicht langsamer, doch langsamer natürlich als der Rest des Films, aber nicht langweilig. Also ich kann verstehen, dass man das ein bisschen langweilig findet. Ich fand's super. Ich mag einfach Tarantinos Dialoge sehr gerne. Das wäre ein Punkt, den ich am ganzen Film ein bisschen, was heißt, kritisieren würde, aber das Drehbuch, und da hat er sich ja selber ziemlich drauf aufgeregt, hat leider zu Recht keine Oscar-Nominium bekommen, was ein tolles Drehbuch ist, aber nicht an diese Spritzigkeit und an dieses Wortfeuerwerk rankommt, was man von Tarantino sonst eigentlich aus fast allen Filmen kennt. Also natürlich ist da Pulp Fiction irgendwie die Messlatte, die er selber wahrscheinlich nie wieder erreichen wird, aber auch in Loris Bastards und Django und so weiter sind Filme, die nochmal ein ganz anderes Sprach- und Wortfeuerwerk liefern als Hateful Eight ist. Und leider habe ich ein paar Mal das Gefühl gehabt, er bemüht sich, da ranzukommen, was klappt nicht so ganz. Und eine gute Freundin für mich hat, glaube ich, richtig auf den Punkt gebracht, was so dieser kleine Kritikpunkt auch aus vor allem der Sicht eines Tarantino-Fans an Hateful Eight sein könnte. Ich glaube, oder sie glaubt, und ich stimme ja dazu, Tarantino hat sonst nicht so genau eine Idee, wo der Film hingeht, aber hat viele tolle Ideen für Sätze und für Dialogzeilen und für Kommunikation und baut dann daraus eine Handlung. Und bei Hateful Eight war es, glaube ich, andersrum. Er hatte die Idee, ich packe mal acht Leute in eine kleine Hütte, die zugeschneit wird und gucke, was passiert, und dann schreibt er das Drehbuch. Und so fühlt sich das ein bisschen an, als wenn gewissermaßen er versucht hätte, das Drehbuch dem nachkommen zu lassen, was diese Setting-Idee so großartig vorgibt, nämlich Kammerspiel meets Western meets richtig abgefuckte Leute und eine Menge Blut- und Hirnsplatter. Und da gibt es eben so ein paar Momente, wo ich das Gefühl habe, das Drehbuch versucht, mit allen Mitteln geil und spritzig und fett zu sein und schafft es nicht immer so ganz, aber es ist ein minimaler Einwand. Ansonsten tatsächlich finde ich das schon von vorne bis hinten ziemlich gut, auch die ersten beiden Kapitel spritzig und interessant genug. Andi hat das, ich habe mit Andi gemeinsam den Film zumindest zum zweiten Mal für mich gesehen und er hat das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht. Der Film ist auch nicht langweilig oder unspannend, weil jeglicher Dialog der Story zuträglich ist. Es gehört zur Story und das sind nicht ausschweifende Dialoge, die eben nichts mit der Storyline an sich zu tun hatten. Der Quarter Pound, ein Pipe Fiction, ein toller Dialog, aber hat nichts mit der Geschichte an sich zu tun. Und dann vielleicht profitiert der Film zumindest für den Mainstream-Schauer, siehe mich zum Beispiel, dadurch tatsächlich, dass es zwar auch lange und extensive Dialoge sind, aber die in irgendeiner Form der Charakterzeichnung in dem Film, für den Film dann auch zuträglich sind. Natürlich ist auch die Diskussion über den Quarter Pound da charakterzeichnend, ohne Frage. Deswegen bin ich mal gerade selber so ein bisschen ins Wort gefallen. Aber letztlich bringt diese Diskussion den Film und den Filminhalt in Pipe Fiction nicht voran. Währenddessen zum Beispiel die ersten beiden Kapitel durchaus ja den Film voranbringen und das Verhältnis zwischen den beiden dann auch für später sehr gut darstellt. Das ist etwas, wo ich dann durchaus zustimmen wollte, weil ich wüsste tatsächlich kein Dialog oder Monolog, der nicht in direkter Verknüpfung mit dem Film wäre. Vielleicht ist es das, weswegen ich diesen Tarantino so besonders gut fand. Ja, also, ja, klingt... Erstmal schlüssig. Auf jeden Fall, also, da habe ich einfach eine andere Perspektive. Wie gesagt, dadurch, dass ich als On-Seite und Dinos auch alle ziemlich großartig fand. Ja, aber letztlich, wir haben es gerade eben schon bei The Big Short festgestellt. Dort war es dann aber tatsächlich eher, dass wir verschiedener Meinung sind, trotz dessen, oder gerade weil wir verschiedene Rezeptionen und Interpretationen des Films haben. Dieses Mal hörte es sich so an, als ob wir trotz verschiedentlicher, also nicht zumindest identischer Rezeptionen auf eine ähnliche Wertung kommen. Nicht ganz diese. Bei mir wären es vier von fünf Sternchen. Ich finde es ein bisschen schade, dass eben diese Zwischendurch, diese Durststrecken hat, wo er auch gewisse Längen hat sicherlich an einigen Momenten, aber wenn die ganzen Filme verteilt, hat er für großartige Momente die Schwanzlutschnummer, die ich jetzt einfach mal nicht weiter kommentieren möchte, als mit diesem Wort brillant, habe ich gefeiert. Tarantino nimmt sich wieder sehr, sehr viel heraus. Ich meine, ein paar Leute einfach über eine gewisse Zeit, das ist jetzt kein Spoiler, das als Fakt einfach in den Raum zu stellen, ein paar Leute einfach eine gewisse Zeit Blut kotzen zu lassen. Geil. Das ist so auf die Fresse und das ist so, ich mache, was ich will und ihr könnt mich alle mal. Er gefällt mir sehr gut. Er hat, finde ich, den richtigen Gestus. Ein Film, der auch als Western, finde ich, wunderbar funktioniert. Also wenn man davon ausgeht, dass der Western das amerikanische Genre ist, was irgendwie die amerikanische Ideologie und die amerikanische Politik oder Ideologie vor allem trägt, dann ist The Hateful Eight tatsächlich ein sehr aktueller Western, wo halt die Ideologie irgendwie längst hinter uns liegt und es jeder gegen jeden, jeder für sich selber ist, um ohne jetzt da zu viel Spoilern zu wollen, das ließe sich alles detaillierter nur besprechen, wenn man jetzt sozusagen den Twist auch erwecken muss, wollen wir gar nicht. Da kann sich jeder auch seine eigenen Gedanken zu machen. Auf jeden Fall eine Empfehlung, sowohl für Fans von Tarantino, als auch für Menschen, die jetzt offenbar, wie du es ja sagst, nicht so viel mit seinen Filmen bisher anfangen konnten. Für von fünf ist ja trotzdem gut, für fünf von fünf ist auch sehr gut. Also mir ist auch keiner über den Weg gelaufen, der jetzt wirklich sagte, der Film ist schlecht, wäre bei einem Tarantino auch tatsächlich verwunderlich, aber nichtsdestotrotz kann das ja durchaus passieren. Es gibt manche, die dann sagen, ist kein purer Tarantino, auch bei dir ist das jetzt ja schon so durchgeblickt, aber trotz alledem ist mir keiner über den Weg gelaufen, der sagt, also das, wie bitte? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, nö, pass. Welche Oscars würdest du ihm gönnen oder welche Oscars würdest du ihm geben? Jetzt muss ich kurz auf. Also er ist nominiert für Musik, wo ich sagen würde, den hätte er verdient. Und er ist nominiert für Beste Nebennachstellerin, Jennifer Jason Leigh, die die einzige Frau in diesem Film spielt, oder die einzige größere Frauengruppe spielt, und für Beste Kamera. Also Kamera war wirklich gut. Also dieses Spiel mit tiefen Schärfe und Unschärfe ist in bestimmten Szenen sehr intensiv ausgespielt. Denn das ist ein bisschen right into your face, muss man auch sagen. Aber das sah schon echt gut aus. Und in 70 Millimeter sieht es gut aus. Das kann ich dir wohl sagen. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Vor allem das Gefühl, du siehst natürlich das leichte Flackern dieses gigantischen Filmstreifens auf dieser großen Leinwand und natürlich das eine oder andere Straubkorn, obwohl die Kopie natürlich noch sehr jung ist, aber trotzdem zu wissen, dass das eine 70 Millimeter Projektion ist, das ist nochmal, da geht dir nochmal richtig einer bei ab. Also tatsächlich kann ich jedem nur empfehlen, der die Chance noch hat, das zu tun. Und sowieso immer die echte Projektion, diesen ekeligen digitalen Scheiß-Produktionen vorziehen. Die Roadtour von The Hateful Eight, jetzt muss ich mal kurz gucken, ist ja nicht nur in Berlin, sondern die gibt es ja auch tatsächlich dann, also ich weiß, dass es sie in, warte mal, Deutschland, Deutschland, dass es sie in Essen gibt. Da wird auf jeden Fall nochmal das gezeigt. Liste deutscher Kindes mit 70 Millimeter. Ich glaube Karlsruhe auch, bin mir nicht ganz sicher. Die haben zumindest auch einen IMAX Laser-Salon. Ich meine, dass die auch einen 70 Millimeter Projektor haben. So, Zoo-Palast Essen im Savoy in Hamburg, Lichtburg in Essen, äh, Entschuldigung, Zoo-Palast in Berlin, Savoy in Hamburg, Lichtburg in Essen und Schauburg in Karlsruhe. Dort hält die offizielle Hateful Eight Roadshow hier in Deutschland auch an. Und dort könnt ihr euch diesen dann genauso in dieser Variante anschauen, wie ihn jetzt Lars gesehen hat. Wie sind wir drauf gekommen? Kamera, ach ja. Dringere Empfehlung. Genau, und Kamera, Oskar, würde ich aber tatsächlich eher Mad Max zu sprechen. Finde ich, hätte ihn dann doch noch eine Spur besser, ist einfach nochmal eine Spur aufwendiger und interessanter als bei Mad Max. Ja, nee, da würde ich tatsächlich eher auf Special Effects und Szenenbild oder sowas gehen. Kamera, die ist da wirklich sehr handwerklich, hochtrabend. Und das finde ich eigentlich bei Quentin Tarantino sehr schön. Ich muss mal kurz gucken, was die beste Filmmusik betrifft. Ennio Morricone, Hateful Eight, Bridge of Spice habe ich nicht gesehen, Sicario überhaupt nicht auffällig. Star Wars, gut gemacht, aber auch eher klassisch. Und Carol habe ich auch nicht gesehen. Ich würde The Hateful Eight spontan sagen. Da wäre ich mir auch ziemlich sicher, dass er den bekommt. Also das ist auch dann nochmal ein Stück weit Lebenswerkabschluss für Morricone, der wahrscheinlich dann mit seinem letzten Oscar bekommen wird. Und die beste Nebendarstellerin, Jennifer Jason Leigh. Finde ich absolut nicht. Da muss man nochmal, die beste Nebendarstellerin kann man ja auch nochmal vergleichen. Rooney Mara in Carol, Rachel McAdams in Spotlight. Spotlight läuft bei uns in Deutschland ja noch nicht. Da läuft genau in der Oscar-Woche an. Am Sonntag ist die Oscar-Verleihung und den Donnerstag vorher läuft Spotlight hier in Deutschland an. Alicia Vikander in The Danish Girl. Kate Winslet in Steve Jobs. Na. Ich habe Carol nicht gesehen. Den hypen ja alle ganz weit nach oben. Hätte den absolut verdient, meines Erachtens. Also ich fand Jennifer Jason Leigh auf jeden Fall jetzt auch nicht so krass. Sie spielt gut, sie spielt wirklich gut. Aber im Grunde spielt sie nur ein grießgrämiges Gesicht und ein bisschen geschlagene Frau. Und man muss wirklich sagen, die Zähne, die sind schweinegeil. Aber da kann sie auch nichts für. Genau, das ist eher so ein Maskenbild. Und von daher, sie spielt wirklich gut. Ob die Nominierung vielleicht gerechtfertigt. Die Auszeichnung, bin ich mir nicht sicher. Ja, bin ich. Also ich auch nicht. Aber genau, auf jeden Fall, Filmmusik sind wir uns einig. Neben der Schlellerin, Kamera finde ich beides nicht unbedingt, aber Kamera auch sehr gut. Ja. Und ich wäre auf jeden Fall nicht böse, wenn ihr den bekommt. Das wäre auf jeden Fall auch gerechtfertigt. Und tatsächlich, was ich noch spannend finde, das kann man eigentlich noch einschieben, oder können wir auch nachher nochmal drauf zurückkommen, ist die Hateful Eight, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, um das offenbar vorliegende Missverständnis nach der letzten Sendung nochmal zu bebildern oder mit einem Beispiel zu belegen, wo es um die Frage ging, was ist besser oder schlechter, OV oder Synchronfassung, wo ich glaube ich zumindest von einer Hörerin und ich glaube auch von dir ein bisschen massiv missverstanden wurde. Ja, so denn, dann hauen wir raus. Ja, so kommen wir... Achso, kommen wir nachher zu. Kommen wir jetzt oder jetzt, wie du machst. Du hast das jetzt angefangen, also spann mich jetzt nicht auf die Folter. Ich bin jetzt gerade schon so ein bisschen, ich bin schon ein bisschen heiß da drauf. Dann ziehen wir das Feedback zu letzten Sendung ganz kurz ein Stück weiter vor. Sehr gerne. Tanja D. hat mich offenbar nicht richtig verstanden oder nicht richtig zugehört, weiß ich nicht genau. Aber wir wollen natürlich dieses Missständnis gerne lösen und auch den Hörern, die nicht richtig zuhören können, nochmal erklären, was mein Punkt ist. Wir sprachen letzte Woche über Synchron- und Originalfassungen und ich sprach davon, dass man da sehr gut trennen muss zwischen Meinung und Fakt und habe das dann auch getan. Das ist offenbar nicht ganz übergekommen. Meine Meinung, persönliche Meinung ist, Originalfassungen sind besser als Synchronfassungen. Das kann aber wirklich jeder gerne so halten, wie er möchte. Und es gibt natürlich auch da gewisse sprachliche Beschränkungen, wo es mit Untertiteln echt anstrengend wird. Aber auch da wäre ich immer, auch wenn man die Originalsprache nicht spricht, ist es besser, das in Originalsprachen zu sehen, weil das ist, wie gesagt, ein Meinungsding. Was aber Fakt ist, ist die Tatsache, und da würde ich gerne Widerspruch hören und mir wäre sehr daran interessiert, wie man das argumentieren sollte, dass man einen anderen Film sieht, wenn man eine Synchronfassung sieht. Beziehungsweise umgekehrt, dass man einen anderen Film sieht, wenn man eine Originalfassung sieht. Denn ich finde es irgendwie sehr evident und nicht so richtig hinterfragbar, dass mit dem Wechsel der Tonspur eine sehr große Veränderung am Film vorgenommen wird und man damit notwendigerweise ein anderes Filmerlebnis hat. Weiß ich nicht so ganz, wo man da widersprechen will. Ich glaube mal, dass ich die da jetzt nicht widersprochen habe, weil auch ich das eigentlich sehr logisch finde. Wenn doch, dann tut es mir leid. Nein, nein, nein. Du hast mir auch nicht widersprochen. Deine Aussage, lass mich doch mal ausreden, wie kann ich ja vernünftig sprechen. Jetzt rollt hier eine Batterie über, mein Tisch, wo kommt denn die Batterie jetzt her? Hä? Du bist so geladen, dir rollt eine Batterie über den Tisch. Es geht ja tatsächlich, also die Aussage, du siehst einen anderen Film, ist halt dann doch schon sehr plakativ. Ich weiß, was du meinst, aber du siehst keinen anderen Film. Du schaltest, stopp! Halt, stopp! Jetzt sehe ich! Kennst du den überhaupt? Ja, ja, leider. Okay, ja, gut. Natürlich guckst du, um jetzt da schon mal den Weg zu ebnen für den gleichen Film, natürlich schaust du dir, alles steht Kopf an, du hast dieselbe Bildspur, natürlich wird dieselbe Geschichte erzählt und natürlich sind die Dialoge weitestgehend identisch, weitestgehend, weitestgehend identisch und von daher siehst du in der sehr wortwörtlichen Variante natürlich auch den gleichen Film, jetzt ohne Frage. Was du ja meinst, ist eher, dass die Filmwirkung beziehungsweise das, was der Film aussagen möchte, zumindest, sagen wir es mal, kompromittiert wird dadurch, dass die Originalfassung natürlich auch einen Stil von Vertonung hat, einen Stil von Stimme, gerade bei Animationsfilmen, aber von mir aus auch bei Realfilmen, sind Schauspieler, haben Schauspieler Stimmen und haben Schauspieler auch Interpretationen Interpretationen in ihrer Sprache und auch das ganze Sounddesign drumherum, wenn es in einem Wald aufgenommen wird, kann man sich gerne mal diesen Spaß machen, wie natürlich und wie harmonisch eine OV klingt und wie im Gegensatz dazu konstruiert eine Synchrofassung klingt. Da stimme ich dir wiederum zu. Die Geschichte ist ja dieselbe, die erzählt wird, nur was dort eben für eine Emotion, für ein Gefühl dabei herüberkommt. Und da stimme ich dir zu, das ist wirklich unterschiedlich. Und die Geschichte ist tatsächlich, wenn man, also da kann man sehr tief in die Filmtheorie gehen, aber ich glaube, das ist etwas, wo erstmal jeder auch spontan zustimmen würde. Die Geschichte ist ja nur ein kleiner Teil eines Films. Also das, was der Film erzählt, in dem, was die Figuren sagen, also das, was ein Film mit Sprache macht, ist ja auch, oder anders, das, was der Film nicht mit Sprache macht, sondern das, was der Film an Textanteil hat, gewissermaßen, ist ja bei weitem nicht alles, ist ja bei weitem nicht alles, was dazugehört, sondern es ist eben nicht, also ein Klangteppich, der noch auf ganz vielen anderen Ebenen arbeitet, wo es nicht nur darum geht, dass du verstehst, was die Menschen inhaltlich von sich geben, sondern wo es, wie du ja gerade sagtest, und könnte ich besser nicht formulieren. Natürlich, ich bin Radiomoderator. Eben, wo es, eben genau um Intonationen geht, um Modulationen und Nuancen, die natürlich im Synchronstudio und mit Menschen, die diese Rolle nicht über eine lange Zeit erarbeitet haben und mit dem Regisseur zusammengearbeitet haben, so kann es nicht repliziert werden. Nicht eins zu eins. Und insofern, ich würde auf jeden Fall Kritik an deinem Begriff von Film sehen üben, glaube ich, weil man halt, glaube ich, einen Film, also wenn man davon spricht, ich sehe einen Film, meint man halt nicht nur das Visuelle sehen, sondern von mir aus können wir sagen, man erlebt einen Film anders, wenn man ihn, wenn man ihn mit einer anderen Tonspur sieht, aber ich glaube, dass das im Seebegriff beim Film sehen schon enthalten ist, aber das ist jetzt Korinthenkackerei, wenn man das fortsetzen möchte. Ähm, was, wo man, also ich meine, selbst wenn man daran jetzt noch Zweifel hätte, finde ich, kann man meinetwegen auch plakative oder radikale Beispiele wählen, an denen dann ja meistens Dinge besonders deutlich werden. Man müsste sonst behaupten, dass Harry Potter und ein Stein und Harry Potter und der Stein der Weisen derselbe Film wäre, wenn die Tonspur egal wäre. Also nicht, also wenn man jetzt tatsächlich eine radikale Position vertreten wollen würde. Die Analogie verstehe ich nicht. Wenn man die Position vertreten wollen würde, die Tonspur ist völlig, völlig egal und man sieht trotzdem denselben Film, ähm, dann wäre die Harry Potter Synchronenparodie, wäre derselbe Film wie Harry Potter Original, weil die Tonspur egal ist, wenn das so wäre. Und damit wird, glaube ich, damit wird, glaube ich, sehr deutlich, dass die Tonspur in jedem Fall eine große Bedeutung ist. Klar wird da auch der semantische Gehalt verändert und es passieren einfach inhaltlich andere Dinge, aber das passiert ja auch schon im Kleinen. Also das passiert ja auch in der Übersetzung schon. Und das weiß jeder, der irgendwie mehr als eine Sprache spricht, was die meisten unserer Hörer sein dürften. Ähm, wenn du einen Satz übersetzt, verändert sich der Sinngehalt des Satzes durch die Übersetzung. Wie gering das auch immer sein mag, es verändert sich. Durch das Wörter, jedes Wort eine andere Bedeutung als die Übersetzung, als das Übersetzungspendant und im Zusammenhang, nochmal so, da kann man tatsächlich meinetwegen auch tief in linguistische Theorien mit einsteigen. Das ist einfach faktisch so. Also da gibt es nicht viel, um zu diskutieren. Und das hat deswegen auch nichts mit Meinungen zu tun. Ähm, und, aber du wolltest, glaube ich, gar widersprechen. Ich wollte jetzt dich gar nicht über... Nö, ich wollte gar nicht widersprechen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Du bist heute sehr im Redefluss. Ja, ist tut mir sehr leid. Da kommt man nur sehr schwerlich voran. Und zudem bist du auch in einem, also du bist nicht nur in so einem Redefluss eigentlich, bist du in so einem Redestrom schon drin. Ähm, falls du die Analogie auch verstehst. Man sollte vielleicht tatsächlich dazu erwähnen, dass Harry Potter und ein Stein eine Parodie tatsächlich ist. YouTube, du kannst mal nachgucken, ne? Ähm, da kam ich nämlich gerade so spontan nicht hinterher, ähm, weil ich habe jetzt irgendwie gerade mir Harry Potter mit einem massiven Stein in der Hand vorgestellt. Ach so, sorry. Und habe tatsächlich die Analogie gerade überhaupt nicht verstanden. Du meinst jetzt tatsächlich eine Satire, eine Parodie der Filme. Genau, okay, dann habe ich es jetzt auch. Die aber mit dem original Bildmaterial arbeitet und eben eine andere Tonspur drüber spricht. Kann man den spaßig auch mit den ganzen Cold-Mirror-Sachen machen teilweise? Das ist von Cold-Mirror. Ach, das siehst du? Das ist das, genau. Ach, sieh. Das wäre so ein Extrem. Allah, sie haben so viel gemeinsam. Wir denken an dieselben. Es ist unglaublich. Jedenfalls der Punkt, den ich nochmal machen wollte bei Hateful Eight, woher wäre einer so, wo wir jetzt diesen kleinen, glaube ich aber sehr notwendigen oder sehr interessanten Exkurs eingebaut haben, der tatsächlich auch für eine Extended-Folge, ich hatte das im Konzept schon kurz notiert, nicht uninteressant wäre, gerade auch tatsächlich mit Fragen der Zensur. Was nicht heißt, dass eine Synchronfassung Zensur bedeutet, aber was schon nicht uninteressant ist, das zumindest mal zu durchdenken, was die Synchronfassung bedeutet, weil es da auch eben Fälle gibt, wo eine Synchronfassung tatsächlich zensieren kann. Ganz, ganz klar. Und bei Hateful Eight finde ich es interessant. Ich bin sehr dankbar, ihn in der OV gesehen zu haben. Ich bin auch sehr dankbar, dass es da den Untertitel gab, weil die Menschen wie bei Tarantino ja auch durchaus nicht unüblich schon sehr undeutlich sprechen. Und der Film hat aber ganz, ganz viel Charakterisierung und ganz viel seiner Dynamik darüber gewinnt, dass es diesen Südstaaten-Nordstaaten-Konflikt auch natürlich über die Sprachvariationen organisiert. Also das, was Chris Mannix zum Beispiel spricht, ist so ein breites, gedehntes, schleimig, widerliches, texanisches Südstaaten-Sprechen, das ist was, was du in der Synchro, was einfach verloren geht, was du einfach nicht übertragen kannst, weil es diesen Trennung von Südstaaten-Nordstaaten-Akzent in Deutschland natürlich nicht gibt, weil wir nicht in Amerika sind. Und diese regionale Verknüpfung fällt halt vollkommen weg, die bei Hateful Eight einfach eine enorm wichtige Rolle spielt, auch für die Charakterisierung der Figuren und vor allem für das Spannungsverhältnis zwischen den Figuren. Und es gibt eine Figur, das ist jetzt kein Spoiler, die Englisch spricht, die ein sehr gestochenes, sehr hohes, aristokratisches Englisch spricht und bei einem gewissen Kippen in der Rolle spricht sie plötzlich Arbeiterenglisch. So ein ganz breites, hässliches Dog-Arbeiterenglisch. Und das ist ein Wechsel, der so eine Zweiseitigkeit oder eine Zweigesichtigkeit dieser Rolle durch so eine winzige Variation einzieht, die natürlich von der Synchro-Fassung einfach platt gemacht wird, was in der Synchro sich nicht erhalten kann. Und das sind so Sachen, weswegen ich sagen würde, die Original-Fassung ist immer besser, aber deswegen habe ich dieses Beispiel jetzt gerade genommen. Das meine ich, das ist wichtig, das als Meinung zu verstehen, weil ganz offensichtlich in unserem Fall sieht man, du hast die Synchro-Fassung gesehen und hast ihm trotzdem fünf von fünf Sternchen gegeben. Insofern ist das meine persönliche Meinung, mit der ich meine Filme gucken möchte, die aber nicht notwendigerweise heißt, dass es für alle Menschen so gilt, dass die UV zu einer besseren Filmwertung führt. Es ist nur ein Fakt, dass es einfach ein anderes Erlebnis ist, aber das ist deswegen nicht schlechter oder besser. Deswegen dachte ich, Retro-Aid eignet sich als Beispiel, um das nochmal zu untermauern. Gut, ja, nee, stimmt ja auch. Also gerade dieses Beispiel kann ich ja gar nicht nachvollziehen mit dem Englisch. Von daher tatsächlich ein guter Aufhänger an der Stelle. Du gibst ihm vier von fünf, ich geb ihm fünf von fünf. Ich hab's vorhin schon gesagt. Beides gute Wertung. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, darf ihn gerne nachholen. Sollte es tun. Ein Film, den auch alle nachholen müssen, wenn sie ihn nicht gesehen haben, stellt uns jetzt Phil vor. Ach so, ich dachte jetzt, wir machen noch eine Runde über. Nee, 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 nee. Okay, sehr schön. Ja, alles steht Kopf. Der Pixar-Film, den wir Ende letzten Jahres im Kino sehen durften, kommt jetzt gerade diese Woche, quasi, wenn ihr das hört, just in diesem Tag, nämlich am 11. Februar, fürs Heimkino heraus. Und du rennst immer zur Pressevorführung. Ich bin immer derjenige, der sich die Blu-Rays und DVDs vorher schon mal anguckt. Und so hab ich das mit Alles steht Kopf auch nochmal gemacht. Kurz nochmal zum Fresh Up. Worum geht es nochmal? Es geht um die elfjährige Riley. Und sie zieht mit ihrer Familie, mit Vater und Mutter von sonst wo eigentlich, also aus gewohntem Umfeld, nach San Francisco. Und ja, alles ist da blöd. Und sie muss neue Freunde finden. Und alles total kacke. Klingt erstmal relativ unspektakulär. Der Clou an dem Film ist aber, dass wir immer wieder zu einem sehr, sehr großen Teil in Reillys Kopf hineingucken. Und dort befinden sich fünf verschiedene in Figur gegossene Emotionen, nämlich Wut, Angst, Freude, Ekel und Kummer, die eben an einem riesigen Mischpult stehen und so die Emotionen von Riley steuern. Und das ist eigentlich sehr schön, weil man immer wieder dort so sieht, wie die Emotionen, warum die Emotionen so reagieren, wie sie reagieren, was dann im Grunde dafür sorgt, dass Riley glücklich, traurig oder geekelt ist. Und im Laufe des Films passiert es, dass gewisse Emotionen viele Abenteuer erleben und in den Erinnerungen von Riley durch das Hirn sozusagen reisen müssen, durch das verbildlichte Hirn mit Erinnerungen, mit alten Geschichten und so etwas. Und ja, so nimmt der Film einen mit durch die Reise eines elfjährigen Kindeskopfes mit. Der letzte Halbsatz war komisch. Er war ein trotzdem wundervoller Film, den du damit beschreiben wolltest. Dankeschön. Du hast diesen Film ja seinerzeit ziemlich abgefeiert, hast gesagt, ein hochgradig toller Film, ein super Film, der viele Schichten hat und so weiter und so fort. Ich fand ihn ja nicht so gut, hab ihm glaube ich nur vier von fünf Sternen gegeben. Nicht so gut, nur vier von fünf Sternen. Ja, weil alle haben ihn abgefeiert, alle haben zehn von zehn beziehungsweise fünf von fünf gegeben und dann kommt der Marx um die Ecke und sagt, naja, die ist ja ganz nett und lustig und schön und die Idee, da so Figuren zu schaffen, die dann eben an diesem Mischpult und sowas und auch das Ende oder auch irgendwie so. Und ich muss ja auch sagen, in diesem Film, ich hab's bei der ersten Filmbesprechung schon gesagt, ich hab wirklich einen zutiefst empfundenen, lauten, wirklich lauten Schluchzer im Kino unterdrücken müssen. Er ist nicht rausgekommen, aber er war ganz kurz davor rauszukommen, weil dieser Film mich so emotional ergriffen hat in der Busszene, wo ich dann so sagte, oh, das hat auch noch keinen Film geschafft. Was ich dem Film aber tatsächlich dann negativ angerechnet habe, war diese Reise durch das Hirn, durch die Erinnerungen, durch die Inseln, die Gedächtnisinseln, die Lebensinseln oder irgendwie so ein Scheiß, wo ich so dachte, ach komm, ja, das ist mir zu abenteuerlich, das ist jetzt, das hat jetzt weniger irgendwo diese Interaktion von Figuren und dann, was macht Riley da drauf oder was erlebt Riley und warum und wie reagieren dann die Emotionen da drauf, sondern es ist irgendwie jetzt zu kindlich geworden, zu abenteuerlastig, man wollte irgendwie noch was für die Kleinen machen, dass die was zum Lachen haben und zum Mitfiebern und zum Spannendsein, das fand ich nicht so toll. Du sagtest hingegen, dass das durchaus sinnvoll wäre, oder? Also dass du es auch als sehr unterhaltsam und sogar tiefgründig erachtet hast. Ja, was heißt tiefgründig? Also natürlich hat der Film einen Abenteuerplot, wo es irgendwie darum geht, nicht Abenteuer bereisen irgendwie durch den Kopf und so, aber ja, es hat die natürlich alles, alles dieser Visualisierung von Denkprozessen, die der Film so grandios leistet und für mich hat es das jetzt nicht runtergezogen und ich fand es ganz witzig, dass du es von dem Schluchzenmoment nochmal sprachst, weil ich auch das Schluchzen, ich habe es dann nicht unterdrückt, ich habe es alles rausgelassen, ich habe es alles gegeben, aber in einem anderen Moment hatte, nicht in dem Bus, in der, ich sage mal, Bing-Bong-Szene, also da ging bei mir gar nichts mehr, da war einfach, da war er vorbei und da hatte der Film noch ein paar andere, wo ich wirklich, also ein Film, der mir sehr nahe gegangen ist und wo ich nicht ganz verstehen konnte, dass er dir nicht so nahe gegangen ist, nicht so durchgehend so nahe gegangen ist, ich habe ein bisschen das Gefühl, nachdem ich da einen gewissen Text von einem gewissen Autor auf einer gewissen Seite gelesen habe, dass das sich geändert haben könnte. Ja, es hat sich tatsächlich geändert, also ich habe mir dann die Zweitsichtung nochmal zum Anlass genommen, dann auch eine Filmkritik zu schreiben, die ihr natürlich auf nerdtalk.de lesen könnt und die hat jetzt keine 4 von 5 Sterne mehr, ganz im Gegenteil, sie hat jetzt 5 von 5 und das ist eine, die Filmkritik ist, glaube ich, abseits jeglicher Objektivität und benutzt, soll sie ja auch sein, mein gut, das ist auch kein Ultima-Film, das ist ein Film, der ist fürs Herz, da muss man auch mal subjektiv sein, Richtig, also das ist, das ist schon, ich versuche da gerade hier solche Ausdrücke, wie es ist geradezu zum Niederknien, solche Begriffe fallen dort und es ist wirklich ein Film zum Niederknien, ein großartiger Film, ich habe dem in meiner ersten Kritik richtig Unrecht getan, alles was dort in diesem Erinnerungsplot-Bereich da passiert, in dem Abenteuerbereich, hat seine Berechtigung, ist vollkommen korrekt da angebracht und ich habe es auch in die Filmkritik reingeschrieben, ich weiß nicht, von wem ich es habe, es kann sein, dass ich es von dir habe oder von irgendjemand anderem, es ist so ein bisschen so Boyhood-mäßig, es gibt ganz viele Elemente, wo man sich mit identifizieren kann, was einfach aus dem Leben gegriffen ist, was einfach dazugehört, so wie bei dir jetzt tatsächlich dieser Bing-Bong-Moment oder bei mir der Bus-Moment, kann ich mich zum Glück nicht direkt mit identifizieren, aber es war sehr toll erzählt und dieses Gefühl, was Riley da in diesem Moment mit sich herumträgt, das kann wahrscheinlich dann doch jeder mit nachvollziehen und darum geht es ja auch, glaube ich, nicht und das, also, sorry, ich spreche gerade nicht und dass Erinnerungen verblassen, dass Erinnerungen verloren gehen, dass Dinge abgerissen werden, dass Dinge neu aufgebaut werden, und dass es neue Erkenntnisse gibt, wie eigentlich so Emotionen agieren und reagieren sollen, all das kennen wir natürlich jetzt nicht in so personifizierter Form in unseren Köpfen drin, aber die Auswirkungen dessen kennen wir alle, weil wir es alle selber mitgemacht haben und jeder, der ein junger Erwachsener oder auch ein alter Erwachsener ist, wird das nachvollziehen können und es ist so liebevoll erzählt, so süß erzählt und so viele Elemente, die wir eben von früher kennen, ganz einfach die Verbildlichung dessen, dass wir eben Dinge vergessen, ja, meine Fresse, wir vergessen Dinge, aber auch das greift der Film auf und das eigentlich sehr, ja, lustig und dann doch traurig und nett und es ist wirklich, wow, ein ganz, ganz toller Film, ich könnte ihn nochmal sehen, ich hatte einen ganz, ganz dicken Kloß, übrigens dieses Mal auch bei Bing Bong im Kopf, äh, im Hals. Hast du einen dicken Kloß im Kopf gehabt? Das klingt nicht so gesund, als würde es mal zum Arzt gehen. Vielleicht werde ich Deadpool, der hat ja auch dicke Klöße im Kopf. Ähm, Scheiße, das hat mich selber unterbrochen, das war nicht gut. Ähm, nee, aber es ist, auch bei der Zweitsichtung, unfassbar, da ist das Wort wieder, äh, äh, traurig gewesen, emotional, ähm, ich bin meiner Mutter, die zwischenzeitlich telefonieren gegangen ist, zu meinem absoluten Unverständnis, über den Mund. Ist ihm der Film-Telefon hingegangen? Ja, ja, aber zum Glück hat sie den Raum verlassen. Ähm, also sie war nicht im Kino, sie war im Erklebten. Nein, nein, das ist ja, wie gesagt, Blu-Ray, äh, ich wollte schon durchs Telefon kommen. Nee, nee, vor Presse-Release, also Presse-Release für uns, vor Ankündigung und so weiter, dass wir auch darüber reden können, bevor der Film auf DVD und Blu-Ray rauskommt. Ähm, deswegen haben wir den da gemeinsam geguckt und, äh, sie ist rausgegangen und kam genau in diesen Szenen wieder zurück und fing an, über ihr Telefonat zu schnacken und ich bin hier ziemlich rigid über den Mund gefahren und hab gesagt, frei ruhig, guck den Film, weil ich einfach diesen, weil ich so aufgegangen bin in diesem Film und, ähm, er einfach so packend war, ähm, dass das, ja, jegliches, also, dass das ein absolutes Filmerlebnis ist, ein wahres Filmerlebnis. Ja, ich glaube, das ist ein Erlebnis, glaube ich, da hat genau der Punkt, es geht, glaube ich, um ein Erleben und deswegen wollte ich gerade unterbrechen, aber das war gut, dass ich mich zurückgezogen habe, weil du genau das hast, was ich eigentlich sagen wollte, dann, äh, dass es eben nicht um dieses Konkrete, ich identifiziere mich jetzt mit dieser Person geht, sondern um das Erleben von Erwachsenwerden und das Erleben von Kindheitsverlust im Allgemeinen, wenn man so möchte, also, um die, Ja, letztlich läuft das auch sehr wenig aus. Genau, genau, für mich zumindest. Genau, das meine ich, absolut, ich unterschreibe nur jedes Wort, was du gesagt hast, also, das ist, äh, nämlich genau das, das, was ich, ähm, was ich daran so großartig finde, weswegen ich euch Boyhood so gerne mag, wo du ja auch sagst, dass du kannst dich zu wenig mit dieser Figur irgendwie identifizieren oder kannst du wenig, hast du wenig das Gefühl an, an, an diese Figur angebunden sind, an den Jungen, wo ich aber auch sagen würde, darum geht es nicht, für mich zumindest nicht, aber da ist natürlich auch jede Erfahrung sicherlich einfach anders, ähm, und es geht auch da um, um dieses elementare Erleben von Aufwachsen und Erwachsenwerden und das schafft im Grunde nicht nur Boyhood, sondern eben auch, ähm, alles steht Kopf auf eine, auf eine ganz einmalige Art und Weise und das ist für mich einer der Filme, die noch sehr lange für mich sehr, sehr weit oben stehen werden, beziehungsweise wahrscheinlich forever. Forever. Ja, also, ähm, Forever young, I want to be forever young. Ja, lass mal das, das wird ganz gruselig, das wird dem Film nicht gerecht für, das hat der Film nicht verdient, das hat er wirklich nicht verdient. Das stimmt auch wieder. Nein, also, jetzt nochmal der Hinweis, ab 11. Februar auch auf DVD Blu-Ray zu bekommen, natürlich auch irgendwie hier Videos, und Demand-Geschiss, ähm, da könnt ihr euch dann, äh, gerne alle steht Kopf nochmal angucken, sei es zum zweiten, dritten oder siebten Mal, oder, schande über euch, zum ersten Mal, egal zu, schnell. Ja, eben, also, vorbestellen, jetzt sofort, ihr macht jetzt Pause, ihr macht jetzt auch Pause, dann bestellt ihr die DVD-Verdamm nochmal vor. Pass, pass auf, wir, 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 wir schweigen einfach sieben Minuten, das reicht, um Amazon jetzt auch auf, äh, mit einer schlechten Edge-Verbindung im Wald kurz zu bestellen, ähm, starten wir jetzt. Die braucht gar nicht vorbestellen, das ist, Elfter ist ja jetzt schon, dann könnt ihr heute kaufen. Stimmt ja. Könnt ihr heute kaufen, kommt heute in die Läden, kauft sie sofort, rennt aus dem Haus, rennt zum nächsten Saturn, nee, dann rennt nicht zum Saturn, geht irgendwo zum kleinen DVD-Handel, gibt's nicht mehr, ne, ist auch egal, kauft diesen Film von, von, von Sternchen von mir. Von mir auch. Ab ins finstere Tal. Ja, äh, das, das hat sich auch, auch Bing-Pong gedacht. Boah, der war bitter, der war böse jetzt. Der war schlecht, ja komm, dafür kriegst du einen Ohren. Jetzt bin ich traurig. Nee, der war nicht mal schlecht, der war vor allem böse, dieser Figur gegenüber. Das finstere Tal. Ein Western, weswegen ich ihn, ähm, in dieser Sendung mit aufgenommen habe, lief an Weihnachten, da beim zweiten Weihnachtstag oder so, lief der, ähm, im ZDF, ähm, eine ZDF-Coproduktion, man glaubt es kaum, es ist ein deutscher Western, ähm, oder ein deutsch-österreichischer, ist das lustig, ist das lustig? Mit Sam Riley. Oh ja. Ah, den, die Überleitung hätte man machen können. Ja, der war pennt, naja, ich hab's wieder verkackt. Gut, genau, ein deutscher Western, ähm, deutsch-österreichischer Co-Produktion, Arte, ähm, ZDF und irgendwie noch 50 andere Produktionsfirmen, hingen da mit drin, wie das häufig der Fall ist, von, äh, Andreas Prochaska, den man, ähm, kennen könnte von in drei Tagen bist du tot. Ähm, aber vor allem von, von Fernsehfilmen und von Tatort und Kriminaldauerdienst und so, also einer der deutschen, Fan, wobei er österreichischer ist, aber einer der deutschsprachigen Fernsehregisseure. Ähm, du sagst ja schon Sam Riley in der Hauptrolle, ein, äh, nicht deutscher Muttersprachler in einem deutschen Heimatwestern, wenn man so möchte, wobei Heimatwestern eigentlich eine, ja, ein spannender, also Western ist sowieso ein schwieriger Begriff, weil es natürlich nicht um den Westen geht, es ist nicht der wilde Westen, sondern es ist, es sind die Hochalpen, es ist, äh, äh, irgendein, ein Dorf in den Alpen, wir befinden uns am Ende des 19. Jahrhunderts, also zeitlich passt es schon zum, zum Western, aber es ist wie gesagt eben nicht die Prärie in, 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 in Kalifornien, sondern die zugeschneiten Berglandschaften, ja, in den Alpen. Sam Riley ist allerdings jemand, der aus dem wilden Westen kommt, deswegen passt natürlich dieser, der englische Akzent, den er spricht, also Sam Riley, wer es nicht weiß, wohnt in Berlin, ist mit Alexandra Maria Lara verheiratet, spricht also tatsächlich Deutsch, aber natürlich mit einer, mit einer gewissen englischen, hörbarem englischen, äh, 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 Unterton, was aber genau eben funktioniert, er ist Amerikaner, spielt Amerikaner, der in seine, in die Heimat seiner Mutter, in dieses kleine Bergdorf nach Bayern, äh, ich glaube es ist Bayern, ähm, zurückkehrt, äh, dort über den Winter Unterschlupf sucht, natürlich auf misstrauische, alteingesessene Bauern stößt, und, ähm, es wird schnell deutlich, dass, ähm, Greider, wie er im Film heißt, nicht zufällig in dieses Dorf, seiner Vorfahren, in dieses Dorf seiner Mutter zurückgekehrt ist, sondern, dass es offenbar in der Vergangenheit eine, ein sehr dunkles, düsteres Ereignis gab, für das er sich an gewissen Personen in diesem Dorf, über den langen, kalten Winter, in dem dieses Dorf leider von der Außenwelt abgeschnitten ist, rächen möchte. Warum hast du den Film angeguckt? Also, man, äh, war das eine bewusste Entscheidung, sich das finstere Tal anzugucken, oder war es irgendwie in dem, äh, Windschatten von The Hateful Eight, weil es eben auch einen, einen, äh, Western-Style hat, ähm, weil einfach so, dass man jetzt sagt, ach Mensch, ich sitze hier auf dem Sofa, ich hab grad nichts zu tun, ich schau mir eine deutsch-österreichische Spielfilmproduktion, äh, gefördert von ZDF und 27 Medienboards an, ist ja eher ungewöhnlich. Findest du? Also, tatsächlich war das genau der Punkt. Ach, sehr genau. Also, es war, also war Weihnachtsurlaub, wie gesagt, und ich saß halt im Fernseite aufgeschlagen, und normalerweise guck ich einfach nicht viel Fernsehen, deswegen ist das ein bisschen ungewöhnlich jetzt für mich, aber wenn ich, wenn ich das, also, tatsächlich, erstmal eine ZDF-arte, Co-Produktion, wunderbar. Spricht tatsächlich erstmal dafür, dass es auf jeden Fall kein totaler Ausfall wird. Wenn es dann auch noch ein Film ist mit Sam Riley, in der Hauptrolle, den ich ziemlich großartig finde, Tobias Moretti in einer der Nebenrollen, Clemens Schick in einer der Nebenrollen, gedreht von Andreas Prochaska, einfach ein durchaus soliden Regisseur, und es handelt sich dabei um einen Western, also, was heißt, Western, wie gesagt, Western ist schwierig, aber eine Mischung aus Western und Heimatfilm, der das finstere Tal heißt, und eine bitterdunkle Rache-Geschichte erzählt, weiß ich nicht, finde ich, also, ich bin auch ein großer Western-Fan, aber klingt erstmal total geil, finde ich. Oder findest du nicht? Ja, womit wir wieder bei der typischen Lars und Phil, Western ist cool, Western ist blöd, Diskussionen sind, beziehungsweise, dass ich dem Western wieder Unrecht tue, dass eigentlich die gesamte Menschheit dem Western Unrecht tut, und dass Western viel vielfältiger sei, als es in der Öffentlichkeit immer dargestellt würde. Ist aber auch, ist so. Ja, ich weiß. Ich meine, du hast gerade 5 von 5 für Hateful Eight gegeben, nur kurz, also, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, also, kann ja sein, aber Hateful Eight ist ein Western-Fill, Ich nehme ja noch einen Toffee-Fee. Das sollte gar nicht böse sein, das klang viel gemeiner, viel gemeiner, als es gemeint war. ähm, das ist total. Wie findest du, wie findest du den Film? Ich sehe hier gerade, die Austrian Film Commission hat den Film als österreichischen Kandidaten für den Oscar in der Kategorie bester fremdsprachiger Film 2014 eingereicht. Scheint dafür nicht nominiert worden zu sein, wurde aber zumindest eingereicht, was ja schon mal zeigt, dass Australien, Quatsch, dass Österreich ziemlich, ähm, den Film ziemlich gut findet, sogar so gut, dass sie den als, ähm, Oscar-Kandidaten einreichen. Ähm, kommt der Film tatsächlich diesem Anspruch nach? Ähm, ja, ich hätte ihm den Oscar sogar gegönnt, soweit würde ich gehen. Ähm, tatsächlich, um vielleicht kurz das noch zu unterstreichen, weil du, ich hab das Gefühl, dass du diesen Film so ein bisschen vorverurteilst, nur weil es ein Western ist und du Western doof findest. Niemals. Ähm, hat beim Deutschen Filmpreis 2014 neun Nominierungen und acht Preise bekommen. Also er hat, äh, den, den Preis bekommen, äh, dort für, ähm, es war natürlich das Jahr, wo er, wo er angetreten ist gegen die andere Heimat von Edgar Reitz, der zu Recht die großen Preise gewonnen hat, aber beste Darstellung, beste männliche Hauptrolle, beste Kamera, bestes Szenenbild, bestes Kostümbild, bestes Maskenbild, bester Ton, beste Tongestaltung, ähm, alle gewonnen und war nominiert zudem noch für den besten Film, ähm, für den besten Abendfüllenden, Programmfüllenden, äh, Spielfilm oder so, wie das, wie auch immer das heißt, äh, in diesen bescheuerten Kategorien-Namen. Ähm, und hätte das, wie gesagt, hätte das total, ähm, ähm, verdient, hat dort auch den silbernen Preis immerhin als zweitbester Film sozusagen gewonnen ähm, und ist einfach genau das, was ich gerade beschrieben habe und wenn man, klar, wenn du mit Western nichts anfangen kannst, tut mir das sehr leid, wenn du mit Hateful Eight was anfangen kannst, wird dir auch das finstere Tal gefallen, bin ich mir sehr sicher, äh, ein Film, der in einem zugeschneiten, kalten, verhärmten, provinziellen, zurück, hinter, im wahrsten Sinne des Wortes, hinterwälterischen Dorf in den bayerischen Hochalpen spielt, wo ein junger Amerikaner, der dem, dessen, dessen Familie unglaubliches Unrecht angetan wird, sich einfach nur rächen möchte, ohne Moral, also natürlich mit einer gewissen Moral, aber ohne, dass es irgendwie eine Form von Gerechtigkeit oder eine Form von, von höherem Zweck gibt, es ist einfach kalte, eiskalte, dunkle Rache an den Männern, die seiner Mutter was getan haben und an allen, die damit verwandt sind und an allen, die da mal durchs Dorf gelaufen sind, so ungefähr, also wirklich, ein wirklich dunkler, dunkler Film, dessen Zwölferfreiger, aber ich fast schon ein bisschen bedenklich finde, der es schafft, aber das einerseits wirklich als eine wahnsinnig düstere Geschichte zu erzählen, die aber auf eine Art zu erzählen, die wirklich Spaß macht, ich spoilere nicht, wenn ich sage, ein Showdown in diesem Film ist in super Slowmotion mit Elektropop unterlegt, im Schnee, mit viel Blut, geil, wirklich einfach geil, ein Film, der toll aussieht, der die Stimmung exzellent inszeniert, dieses kalte, Rache-Lüsterne, jenseits von allen Moralkodexen agierende, blinde, ein Mann für sein Faustrecht, ist ein super düsterer, deprimierender, super düsterer, bedrückender Film, fantastisch gespielt von allen Schauspielern, hätte den Oscar, wie gesagt, meines Erachtens verdient, ich schaue gerade kurz, wäre die Konkurrenz gewesen, ich glaube die Konkurrenz wäre Lagrande Beletzer, okay, dann muss ich, ist es Lagrande Beletzer? Ja, ist Lagrande Beletzer, dann muss ich zurückziehen, da kommt wirklich nix dran, aber das Finstere Tal von mir trotzdem, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dafür begeistern, 5 von 5 Sternchen, hat sehr viel Ähnlichkeit mit Hateful Eight. Also hat halt auch nicht viel vom Western, weil ich meine, sie reiten, sie reiten halt nicht durch die Gegend, sie bleiben in diesem Dorf, im Grunde ist es eine Rache-Geschichte, die im Bergdorf spielt, Ende des 19. Jahrhunderts, also es gibt nicht viel Rumgereite und Prärie, weil es eben insofern kein Western ist, also auch für jemanden wie dich, der jetzt Western nicht so richtig geil findet, unbedingt mal angucken, ich bin mir sicher, der wird dir gefallen, wirklich, absolut sicher. Den Film gibt es, dank den Informationen von verstream.es, Alter, für unfassbar viel Geld, nämlich für 7,99 Euro, kannst du ihn kaufen, bei Amazon, achso, digital in SD, oder 9,99 Euro, 9,99 Euro, für NHD, bei allen großen Händlern, sei es Amazon, Maxtone, Wauki, ja auch, übrigens behaltet wauki.tv durchaus mal im Blick, die haben immer ganz gute, ganz gute Film-Specials, wo sie dann auch für ein paar Euros, oder gar nur für einen Euro, im Grunde ganz gute Filme raus, von Google Play, auch hier fleißig dabei, naja. Gibt es für 5,99 Euro auf DVD, oder einfach warten, bis er wieder auf ZDF läuft, und dann in der Mediathek schauen, denn das ist ja, das Schöne, dass es ein ZDF-Film ist, einfach wenn er im ZDF gelaufen ist, kannst du danach 7 Tage einfach in der Mediathek den Film auch nochmal schauen, ist jetzt leider gerade erst ein Monat her, das heißt, es wird noch ein bisschen wahrscheinlich dauern, es gibt nur auch gebraucht, auf Amazon für 1,97 Euro, plus dann 3 Euro Versand, aber im Grunde für 5 Euro bekommen wir diesen Film, auf jeden Fall ist es das Geld wert, und dann für dich vielleicht tatsächlich die Empfehlung, schauen die einfach mal an, sobald er im ZDF nochmal läuft, wenn ich es mitbekomme, sage ich dir Bescheid. Sehr gerne, sehr gerne. Ich habe einen Film nach vorne gezogen, weil der auch eine ZDF-Ko-Produktion, Medienbordgeschiss und so weiter ist, womit ich sozusagen meiner eigenen, meiner eigenen Keckenthese von gerade eben widersprochen habe, nämlich auch ich habe ihn bei diesem Film ja angeguckt, ich habe ihn mir aber nicht angeguckt, weil er irgendwie eine ZDF-Ko-Produktion ist. Weil das verstehe ich, aber das höre ich nicht, warum du so gegen ZDF-Produktionen hattest. Nein, tue ich gar nicht. Es ist halt, es ist halt irgendwie dann doch etwas anderes, ob das ein riesengroßer Film ist, der im Kino lief, oder auch eine, ja, Kriegerin ist jetzt tatsächlich ein Film, der im Kino lief. Ja, das finde ich total auch. Ja, gut. Also ZDF produziert ja auch Filme fürs Kino. Das ist Filme sind, die groß promotet werden, die in Hunderten, Tausenden, na Hunderten wahrscheinlich eher, von Kinos laufen, die die Kinocharts da richtig oben in den Top Five bewegen. Das sind ja eher so die Filme, die man, wenn man so beim Filmabend da sitzt, dann, die einem so eher ins Gedächtnis springen und auch anspringen, wenn man so durch die Dings durchskippt als Filme, die eben dann mal auf dem ZDF liefen, die vom ZDF produziert wurden und vielleicht in 50 oder 100 Kinos deutschlandweit liefen und dort dann vielleicht auf Platz 15, Platz 20 der Kinocharts landeten, weil sie einfach nicht diese, diese, diese im übertragenen Sinne Lautstärke haben, wie die anderen, sondern die werden von anderen dann übertüncht. Und von daher, zumindest ist es bei mir so, springen mich natürlich, wenn ich durch Filme durchskippe, eher Filme an, die einen großen Namen haben, wo ich den Namen sehe und sage, ach ja, stimmt ja, den kennst du, du weißt im Groben, worum es geht, als dass ich dann bei das finstere Tal hängenbleiben würde. Zur Filmabendung. Also ich will die Diskussion jetzt gar nicht weiter auswerfen, bei mir ist es halt auf jeden Fall nicht so. Aber, also auch, aber ich würde halt auch immer versuchen, also ich schaue, auch wenn ich Filme schaue, ja auch immer, wenn ich dann irgendwie durch irgendwas durchskippe oder durch Fernsektungen blättere oder so, auch nach Filmen, die mich aus anderen Gründen als großen Namen halt anspringen, beziehungsweise teilweise ja bewusst auch bei kleineren Namen, weil ich weiß, das ist ein toller Regisseur, ich kenne zwar keine Sau, aber mir gefallen die Filme. Also insofern ist es dadurch einfach ein anderes Verhalten. Aber Kriegerin habe ich im Kino gesehen und fand ihn ziemlich fantastisch. Worum geht's? Ein Film war es im Jahre 2012, auch da eine deutsche Produktion, auch wieder mit ZDF da mit drin, um das jetzt nochmal kurz aufzugreifen. Es geht um zwei junge Frauen, eine von denen ist Marisa, die gehört zur rechtsextremen Szene in so einer ostdeutschen Kleinstadt und ja, ist da voll etabliert und schlägt Jugendliche, schlägt Ausländer zusammen, pöbelt, provoziert, trinkt, säuft, zerstört, erfüllt also tatsächlich ein Klischee des typischen, echten, rechtsextremen Neonazis. Sie ist auch entsprechend tätowiert und so weiter und so fort. Und ja, irgendwann wird sie provoziert von, ich weiß gar nicht von was für Ausländern, auf jeden Fall von Ausländern, die nicht ihre Sprache sprechen, irgendwo auch so, eher so Südosten von Europa oder sowas, wird sie provoziert und sie lässt sich so weit provozieren, dass sie dann diese beiden Jungs tatsächlich, ja, verletzt, stark verletzt. Und das macht irgendwie bei ihr Klick und sie sagt, Alter, was hab ich da grad getan? Und guckt, dass sie vielleicht irgendwo sich von dieser ganzen rechten Sache so ein bisschen lösen kann. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch Svenja, ein total biederes Mädchen, was ja normal zur Schule geht und weiß ich nicht alles und dann irgendwie Interesse findet an dieser rechtsextremen Szene, wo sie sich wirklich mal ausleben kann, wo sie das machen kann, was sie will und nicht unterdrückt wird, wie zu Hause, wo sie genommen wird, wie es ist, wo sie saufen kann, wo sie rauchen kann, wo sie sich nicht dafür rechtfertigen muss, dass sie raucht, sondern wo das vollkommen normal ist. Und so findet sie den Einstieg in die rechtsextreme Szene. Und so sieht man Marisa und Svenja im Grunde mit zwei ganz verschiedenen Tendenzen, aber der Kernpunkt oder die Gemeinsamkeit ist an der Stelle die rechtsextreme Szene. Ja, und so verfolgt man die beiden Schicksale der Mädels. Ist bei mir ein bisschen was her, dass ich ihn gesehen habe, aber ich erinnere mich dran, wie gesagt, ich fand ihn ganz fantastisch, von David Mland, der damit sein Debüt gegeben hat, oder nicht sein Debüt, aber damit sein Kinodebüt, glaube ich, hatte. Oder zumindest das, ich glaube, sein Kinodebüt. Ich glaube, es ist sein Kinodebüt, es ist nämlich sein Abschlussfilm gewesen von der Uni. Ah ja, okay, das ist genau. Fand ich total beeindruckend und weiß nur, dass ich mit einem ganz, ganz mulmigen Gefühl aus dem Saal gegangen bin und wirklich ein Film war, der sich so ein bisschen anfühlt wie so ein Schlag in die Magengruppe, wenn man da rauskommt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Zu meinem großen, also bevor ich auch darauf eingehe, zu meiner großen Überraschung, Jeller Hase spielt mit. Kennen wir als Chantal sozusagen aus Fakke Güte. Oh ja, stimmt. Und Jeller Hase spielt auch eine Hauptrolle, nämlich die Svenja. Das ist noch mal zur Erinnerung das Mädel, was aus dem biederen Haushalt kommt und dann in die rechtsextreme Szene reinrutscht. Und sie spielt auch da bereits schon sehr, sehr gut. Ich meine, jeder kennt Jeller Hase als Chantal aus Fakke Güte. Wir haben sie jetzt vor kurzem in einer ernsteren Rolle gesehen, in Vier Könige. Und so eine ernste Rolle nimmt sie auch in Kriegerin ein. Und ja, das ist wirklich eine ganz, ganz große Schauspielerin, muss man da noch mal wirklich dann sagen. Wurde auch mehrfach dafür ausgezeichnet. War so ihr erster großer Film, der dann, wo sie mitspielte, womit sie auch so mit den Durchbruch schaffte in der deutschen Filmszene. Ja, und wie gesagt, viel für beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet. Und das vollkommen zu Recht. Ja, absolut. Ich erinnere mich gerade tatsächlich, ich hatte es total vergessen, dass sie Jeller Hase ist. Aber jetzt, wo du es sagst, klar, völlig, völlig richtig. Habe ich total vergessen. Ja, war wunderbar, ganz wunderbar gespielt im Film. Wirklich, aber wirklich ein sehr bedrückender Film, der, ja, die Extremität, der, den Extremismus, so das ist vielleicht besser, der Neonazi-Szene sehr gut aufzeigt, wie skrupellos teilweise vorgegangen wird und wie, ja, hart dann auch der Umgang da mit eben Ausländern ist. Also die Marisa, die aus der Szene raus möchte eigentlich, arbeitet auch im Einzelhandel und da gibt es auch einige Szenen, wo sie einfach dann tatsächlich das Kassieren verweigert, was natürlich, und das geht total wortlos vonstatten, was den Film auch sehr auszeichnet, dass da nicht dramatische Musik drunter gelegt wird oder ein dramatisches Wortgefecht, sondern du siehst einfach Marisa da sitzen an der Kasse und sieht, dass dort Ausländer jetzt am Förderband da stehen und abkassiert werden wollen und sie holt ganz demonstrativ die Zeitung heraus und fängt an, diese Zeitung zu lesen. Das sind so diese, diese kleinen Momente, wo du einfach merkst, wie, wie hart und kalt eigentlich diese Szene ist. Ja, und da hast du natürlich, wie gesagt, über den krassen Kontrast im Gegenteil dazu die Svenja, die dann irgendwo unterdrückt wird und dann in der Neonazi-Szene erst den Einstieg findet, wo, und da siehst du die andere Seite, wie verführerisch sich diese Szene eigentlich auch darstellt, wie schnell man da im Zweifel auch reinkommt und wie schnell man auch in diesem Sog mitgerissen wird. Aber. Aber mir ist der Film zu plakativ, zu klischeebehaftet, zu einfach erzählt. Ich kenne mich in der rechtsradikalen Szene nicht aus, muss ich auch sagen, bin ich auch ganz glücklich drüber, dass ich nicht selber da drinne bin und auch keinen kenne, der auch da irgendwelche Erfolgsberichte mitteilen kann. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass vieles davon ein Stück weit zu übertrieben ist. Ganz krass möchte ich es gerne an einer Wohnungsparty festmachen, wo ganz normal eine Wohnungsparty ist, so weit, so gut, treffen sich ein paar Leute, feiern und weiß ich nicht alles. Und irgendwann kippt die Stimmung in dieser Party und auf einmal werden Möbel zerstört und man beplattert sich von oben bis unten mit Bier und Graffitos werden an die Wand geschmiert. Musik wird extrem laut aufgedreht, rechtsradikale Musik wird volle Latte aufgedreht. Und das siehst du schon am Wohnungs-Style und du siehst, wie die Leute auch die Wohnung betreten in einem Mehrfamilienhaus. Du kannst mir nicht erzählen. Also da greift tatsächlich so ein bisschen der Realismus grad, den dieser Film ja da eigentlich dann ganz gern auch aufzeigen möchte. Keiner würde eine solche Wohnungsparty ohne weiteres einfach an sich vorbeiziehen lassen. Genauso würde der Wohnungsbesitzer sich nicht seine Möbel zerstören lassen und Graffitos sich in die Wand sprühen lassen und den ganzen Boden vollsaunen lassen. Und da überdreht der Film, ich bin gleich fertig, überdreht der Film dann doch für mich doch zu sehr. Und das tut er in anderen Szenen auch, dass er ganz leicht überdreht und da dann im Grunde eine zu große Moralkeule rausholt. Weswegen ich ihn jetzt nicht top finde, sondern tatsächlich mit einer gewissen Distanz. Würde ich, glaube ich, tatsächlich, also würde ich einerseits, also auf zwei Ebenen widersprechen. Einerseits finde ich das nicht schlimm, dass der Film das überzieht. Ich erinnere mich nur dunkel dran, deswegen kann ich das leider nicht im Einzelnen festmachen. Aber ich erinnere mich auch daran, dass ich bei einigen Szenen dachte, okay, das ist ein bisschen eine Nummer zu viel. Aber ich weiß nicht, ob es nicht angemessen ist, dem, was der Film erzählen möchte, also dem, was der Film damit sagen möchte, wenn man so möchte. Was die Realitätskritik jetzt angeht, die du bei dieser speziellen Szene angebracht hast, glaube ich, dass das gar nicht mal so zutreffend ist, das zu kritisieren. Weil ich glaube, dass das durchaus nicht weit hergeholt ist. Also, dass ich ganz so gesagt, braucht man bloß mal den Berliner Polizeibericht morgens lesen und gucken, was zu der Nacht vorher an Polizeieinsätzen gefahren wurde. Und man wundert sich, was Menschen mit ihren Wohnungen anstellen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Art von Partys, wie auch immer typisch oder untypisch, jetzt für das rechte Milieu sein mag, keine Ahnung, aber es gibt solche Partys. Und es dient in diesem Fall nicht. Und tatsächlich, ganz doof gesagt, wenn über dir eine Horde Nazis, irgendwie 20 Nazis rechtsradikale Musik hören, sich sowieso in den Körper einschlagen, würdest du ernsthaft dagegen irgendwas unternehmen, anders als deine Tür zu verbarrikadieren und zu hoffen, dass du die Nacht überlebst? Also, weiß ich nicht. Finde ich alles nicht so unschlüssig und tatsächlich einfach, glaube ich, nicht so weit hergeholt, sondern schon auf einer gewissen Grundlage, dass es solche Partys durchaus gibt. Aber selbst wenn nicht, fände ich es halt nicht schlimm, also wenn der Film das nutzt, um eine gewisse Charakterisierung zu zeichnen. Das ist mir alles zu Klischee behaftet. Die wilden Nazis, die da wilde Partys feiern, die bei dieser Party ja auch noch, wie heißt der Film, habe ich übrigens gestern herausgefunden, dass die Mona Stiftung sowas auch verwaltet, nämlich solche Verschlussfilme. Vorbehaltsfilme heißt das. Vorbehaltsfilme, ganz genau. Schreibt Frau Köhler gerade in der Hausarbeit drüber. Sehr spannendes Thema. Ganz genau. Also, du kannst ja während ich nachschlage, nochmal ganz kurz den Hintergrund eines Vorbehaltsfilms definieren. Vorbehaltsfilme bezeichnet die Filme, also die Mona Stiftung, die wir ja auch unterstützen, jedes Jahr, die Großteile des deutschen Filmenerbes verwaltet, weil sie die Rechteinhaberin für die Filmrechte ist, hat eben auch die Filmrechte an, ich glaube, so ziemlich allen Filmen, die im Dritten Reich produziert wurden, hat einfach die Uferrechte übernommen. Und da fallen natürlich im Dritten Reich, nicht so groß verwunderlich, auch der eine oder andere Filmfelder darunter, der sehr problematisch ist, was seine politische Agenda angeht. Also natürlich vor allem so die großen bekannten Beispiele, Jude Süß und solche Dinge, das sind die dann sogenannten Vorbehaltsfilme, die dürfen nicht öffentlich vertrieben werden, weil die Mona Stiftung nach wie vor die Rechte daran hält als Stiftung. Das heißt, es gibt in Deutschland keine DVD-Auflagen. Natürlich, wir wissen alle, brauchst bloß drei Schritte ins Internet gehen und kannst dir halt auch den ganzen Scheiß importieren. Aber in Deutschland darf es nicht vertrieben werden und darf nicht ausgestrahlt werden öffentlich, es sei denn, deswegen Vorbehalt, es sei denn, es gibt eine wissenschaftliche Einführung von einem Menschen, der dazu befähigt ist, diese Einführung zu halten und der im Anschluss an den Filmen eine Diskussion mit den Zuschauern des Films führt. Dann dürfen diese Filme eben unter Vorbehalt auch öffentlich gezeigt werden. Was hier in Berlin gab es eine Reihe letztes Jahr, wo sie einfach alle Vorbehaltsfilme, es sind glaube ich, es sind gar nicht so viele, es sind glaube ich 40, 50 Stück oder so. Genau, richtig. Die dort, die unter diesen Vorbehalt fallen. Und es ist eben, das ist das Spannende, es ist kein rechtliches Ding, die sie nicht irgendwie indiziert oder beschlagnahmt oder so. Es ist einfach so, dass die Mona Stiftung als Rechteinhaber sagt, die können ja als Rechteinhaber machen, was sie wollen, wir veröffentlichen die einfach nicht. Wir geben die nicht zur Veröffentlichung frei, wir pressen die nicht auf DVDs, sondern wir veröffentlichen die nur unter diesen Bedingungen. Insofern ist es eine spannende Lage, wo eine private, oder nicht eine private, aber wo eine Institution, die nicht eine rechtliche, staatliche Institution ist, das einfach beschließt, dass es gewisse Filme gibt, die aus gewissen Gründen nicht öffentlich gezeigt werden dürfen. Das ist eben was, wo Betty ihre Hausarbeit drüber schreiben wird. Ich weiß nicht genau, wohin das gehen wird. Sie ist noch in der Vorbereitungsphase. Aber eben sich zu fragen, okay, wie sinnvoll ist das noch, wenn du sowieso bei Amazon UK dir den ganzen Scheiß auch für dich kaufen kannst, in englischen Editionen, wo es irgendwie eine Geschenkbox gibt mit Juts, Süß und Trajan-Filmen, wo man sich auch fragen kann, sehr, sehr schwieriges Feld, wo auf jeden Fall aber dieser Vorbehaltsbegriff auch nicht ganz unproblematisch ist. Das ist viel zu viel geredet, sorry. Ja, aber genau diese, ich habe, wir kamen ja drauf, weil ich sagte, die gucken während dieser Party einer dieser Vorbehaltsfilme, die gucken Der ewige Jude, ein ganz massiver Propagandafilm. Auch das ist wieder so klischeebehaftet. Also es ist alles so over the top, weiß ich nicht. Die Musik, die eingespielt wird, heißt dann auch wieder, oder wird wieder gesungen irgendwie Holocaust reloaded, Holocaust reloaded und weiß ich nicht alles. Das ist alles so klischee, so dick. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Also gerade diese Rechtsrockbands sind leider auch ziemlich erfolgreich. In natürlich der Szene, aber da halt durchschlagend. Und ich weiß nicht, ob du nicht, also ich habe da auch nicht viel mehr Ahnung von. Glücklicherweise. Eigentlich müsste man viel mehr Ahnung haben, aus eben nicht der Perspektive, ich mache da mit, sondern ich weiß immerhin Bescheid, was da passiert. Aber wie soll man das schon machen? Aber ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht weniger Klischees sind, als man das vielleicht gerne hätte. Also es ist natürlich beunruhigend, das zu sehen. Und selbst wenn es Klischees wären, bei denen jetzt fangen wir an, uns im Kreis zu drehen, fände ich es nicht so schlimm, um den Punkt deutlich zu machen, den der Film machen möchte. Aber im Grunde höre ich ja trotzdem raus, dass der Film dir sehr gut gefallen hat. Naja, jetzt willst du mich zum Ende treiben. Ja, aber du hast von dem Recht. Entschuldige, ich wollte dich jetzt gar nicht abwögen. Nein, nein, ich habe auch tatsächlich keine weiteren Argumente oder Äußerungen mehr. Ich finde ihn, wie gesagt, ein bisschen zu dick aufgetragen, aber im Grundsatz stimme ich dir zu. Er ist wirklich schon dadurch, dass er eben diese extremen Ausprägungen zeigt, sehr bedrückend. Es macht ja dann doch etwas mit einem, wenn man dort, wenn auch irgendwie nur aus zweiter Kamera sozusagen, nämlich, dass die Kamera so aus dem Winkel heraus den Fernseher abfilmt, dann mitbekommt, was dort für propagandistisches Material in der ewige Jude festgehalten ist. Das ist einfach krass. Solche Szenen, die bringen einen natürlich zum Nachdenken. Und natürlich auch dann das Verhältnis von Marisa, die so langsam raus will, weil sie einfach merkt, was für ein Kack das ist. Und dann siehst du natürlich auf der anderen Seite Svenja, die genau diesen Kack gerade reinreitet. Denn du willst sie anfassen und schütteln und sagen, was tust du da? Und dann, ja, das finale Ende, das, ja, das Schlag in die Magenkuhle, absolut. Und auch das wirklich unspektakulär inszeniert, das macht es gerade so spektakulär, dass da auch erneut keine Musik drunter gelegt ist, dass es keine großen Wortgefechte gibt, sondern dass es einfach passiert. Und das ist so krass. Ja, das ist schon krass. Und von daher, ich habe es ja, bevor ich überhaupt mit diesem ganzen Klischee und zu dick aufgetragen, schon gesagt, dass er mir dann tatsächlich ganz gut gefallen hat, und er aufgrund dieses Überdrehens nicht die Top-Wertung bekommt. Aber trotzdem ist der Film gut und bekommt von mir da eher dann doch dafür seine verdienten 4 von 5 Sternen. Ja, ich würde ihm spontan aus dem Bauch heraus 5 von 5 geben, 4 von 5, keine Ahnung, auch, ich habe ihn einfach nur einmal gesehen vor fünf Jahren im Kino. Insofern weiß ich, ich habe, ist dafür meine Erinnerung zu dünn, um das noch beurteilen zu können. Ja, ist ja nicht, ist ja nicht so wild. Ja, das war dann eben, das war dann an der Stelle die Kriegerin. Yes. Ein Quickie, noch hinterher Serenity, der Film von Joss Whedon von seiner Serie oder nach seiner Serie Firefly. Hast du Firefly gesehen? Nein. Okay. Nachholen auf jeden Fall. Dann ganz cool, also ich habe jetzt, die Serie habe ich im letzten Herbst schon gesehen und hatte sie aber noch aufgeschoben mit der Besprechung, bis ich halt den Film auch gesehen habe. Firefly, eine Serie mit sehr, sehr großen, mit einer sehr großen Fangemeinde, die 2002, Saison 3 auf Fox lief in Deutschland, weiß ich nicht, auf Sat.1 oder so oder auf R-Super-RTL. Ne, weiß ich nicht, aber jedenfalls auch nur, nur kurz lief, das ist der Punkt. 14 Folgen, danach wurde die Serie abgesetzt, die erste Staffel, also nicht mal zur Hälfte oder gerade zur Hälfte geschafft, danach wurde der Stecker gezogen. Warum? Schwer zu sagen, natürlich, weil die Quoten nämlich schlecht waren, aber die Fangemeinde war groß genug, vor allem als die DVD veröffentlicht, und dann kam alles sehr tragisch, bis heute versuchen die Fans irgendwie das Ding wieder zu reanimieren, aber Joss Whedon ist natürlich jetzt auch zu ganz anderen Größen, zu ganz anderen Großprojekten aufgebrochen, beziehungsweise hat die ja auch schon hinter sich, aber es ist unwahrscheinlich, dass noch was kommen wird. Worum geht's? Space Opera, Science-Fiction-Serie, eine Gruppe von, von, ja, so typischen Outlaws, fliegt mit einem kleinen Raumschiff der Firefly-Klasse, so einem kleinen Transportraumschiff zwischen den Planeten hin und her und macht halt Auftragsarbeit, um sich über Wasser zu halten, natürlich auch durchaus schmutzige Auftragsarbeit und trifft so von Episode zu Episode verschiedenste Handlungsstränge oder trifft eben auch verschiedenste Personen und dem allen übergestülpt sozusagen ist die große Erzählung, die natürlich irgendwie auch dazugehört, dass das große böse Imperium, hier heißt es glaube ich Allianz in diesem Fall, beherrscht irgendwie die Galaxis. Die Crew der Serenity, so heißt dieses Schiff, ist natürlich jetzt nicht unbedingt auf Seiten der Allianz, sondern sieht sich schon eher als natürlich irgendwie im freien Universum umhertreibend, ohne die Regeln der Allianz und zwei Gäste an Bord dieses Schiffs werden tatsächlich auch unter höchstem Aufwand von der Allianz. Ich weiß, heißen die wirklich Allianz? Ich bin mir gerade echt gar nicht sicher. Ich bitte um Verzerrung, falls ich jetzt hier völlig falschen Namen benutze. Allianz ist doch richtig. Werden von der Allianz gesucht, weil die junge River, heißt sie in der Serie, gespielt von der wunderbaren Summer Glau, aus einem Hochsicherheitstrakt gewissermaßen ausgebrochen ist, aber nicht, weil sie dort eingespannt war als Verbrecherin, sondern weil sie dort gegen ihren Willen zu Gehirnexperimenten festgehalten wurde. Und wir stellen schnell fest, dass die Allianz offenbar ein sehr großes Interesse hatte, die daraus, das daraus entstandene Wesen River, was mal ein Mensch war, vielleicht zurückzubekommen, weil River offenbar, ja, übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Und so haben wir also auf jeden Fall eine ganz interessante Crew, die sich von Episode zu Episode hangelt und gleichzeitig irgendwie einen sehr packenden, overarching Story-Bogen. und leider, leider nur 14 Sendungen, 14 Episoden, wo natürlich das alles nur angerissen wird und wir nie erfahren, was daraus werden können. Ja, ja, so ist das. Man wird nie erfahren, was daraus geworden ist. Auf der anderen Seite kommt der Film trotz seinem unklaren Ende ja dann doch ganz gut an. Also ich habe hier mal wieder die Filmkompetenz Wikipedia aufgerufen. und da gibt es zum Beispiel ein Zitat aus der FAZ, geschrieben von Dietmar Dart und der bezeichnet Serenity als einen Film, der an so vielen Stellen, an denen sich das ästhetische Entscheidungsbäumchen für Drehbuch, Dekor und Darsteller gabelt den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ja, Dietmar Dart. Das klingt unfassbar hochtrabend, aber vielleicht ist es das. Dietmar Dart, das ist ein Science-Fiction-Autor ein Deutscher, der, oder was heißt ein Science-Fiction-Autor schon, aber der halt sehr hochtrabende Science-Fiction schreibt mit intellektuellem Gehalts und dergleichen. Nee, aber tatsächlich ein toller Autor. Ich muss unbedingt dringend mal was von ihm lesen. Steht auf meiner Amazon-Mundschliste, glaube ich, mit drei Büchern oder so mittlerweile. Finde ich sehr spannend. Ich habe vergessen, was du gesagt hast gerade. Was hat er gesagt? Der hat gesagt, ein Film, der an so vielen Stellen, an denen sich das ästhetische Entscheidungsbäumchen für Drehbuch, Dekor und Darsteller Gabelt den richtigen Weg eingeschlagen hat. Ich weiß nicht, welchen Weg er damit meint, aber ich glaube auch, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat. Was ist das für eine scheiß Kritik? Kann er uns vielleicht mit Wiesn sagen, was er jetzt glaubt, welchen Weg der Serie hat? Also für mich den Weg der Darsteller. Also tatsächlich eine Serie, die sich sehr, sehr auf die Figuren konzentriert, auf die Arbeit mit den Rollen, wo wir eben diesen kleinen, eingeschlossenen Raum in diesem Raumschiff, einen kleinen Raumschiffchen haben, was durch die Planeten tingelt und natürlich da sich so eine Art Pseudo-Familienstruktur Phil schickt mir einen tanzenden Affen bei Skype. Der nicht nur tanzt, also ich finde diese Bewegung von diesem Affen geradezu missverständlich. Jetzt macht er einen Schneeengel, super großartig. Genau, tolle Serie, tolle, ja, Close-Drama, Kammerspiel im Grunde mit Kammerspielsequenzen. Sehr spannende Episode, wurde leider abgesetzt. Auf jeden Fall gibt's auf Netflix. Trotzdem reingucken, die 14 Episoden kann man dementsprechend auch schnell gucken, dann ist die Serie nämlich vorbei und dann die Filme hinterher schieben. Serenity hieß dann der Film, der 2005 ins Kino kam, der ist leider ein bisschen langweilig. Da wird dann natürlich alles nochmal aufgegriffen, was in der Serie nicht abgeschlossen wurde. Die ganzen offenen Enden werden mal mehr, mal weniger gekonnt zu einem halbwegs runden ganzen gebogen. Hat mir nicht so richtig gut gefallen und mir ging's jetzt eher darum, nochmal zu erwähnen, für die wenigen, die vielleicht wie dich Firefly noch nicht gesehen haben und ich hab's ja bisher auch noch nicht gesehen, insofern ist das ja auch keine Schande. Aber deswegen nochmal die Empfehlung auszusprechen, Firefly auf jeden Fall zu schauen. Gibt's auf Netflix. Wunderbare Serie und sehr, sehr schade, dass sie abgesetzt wurde. Ich schick dir jetzt noch ein tanzenden Pinguin. Das ist ziemlich großartig. Ja, find ich auch. Und kann aber für die Hörer an der Stelle auch sagen, dass das jetzt schon wieder die gesehenen Filme waren. Wir schieben sehr effektiv unsere gesehenen Filme von Weihnachtsserien vor uns her. Ich hab ja eh, ich hab einen nachgeholt heute. Du hast einen nachgeholt, ganz genau. Ich hab ja vor wenigen Wochen auch Thirst und Blind nachgeholt. Zwei asiatische Thriller, die man sich auch sehr gut angucken kann. Nichtsdestotrotz schiebe ich weiterhin noch Kartoffelsalat, It Follows, Vergiss mal nicht, Housebound, Coldwater, Die Grauzone, XXY, Rote Adrache und Fünf Jahre Leben vor mir her. Und du hast ja immer noch Notting Hill, Vier Hochzeiten und eine Beerdigung, wie es heißt. Und ein Todesfall. Und ein Todesfall und Radio Rock Revolution. Das schieb's ja auch noch vor dir her. Ja, werden irgendwann kommen. Ich werde jetzt tatsächlich, damit kommen wir eigentlich zum allerwichtigsten Punkt, der für heute auf dem Plan steht. Ich werde in den nächsten Wochen, wir sprachen eben schon drüber, auf der Berlinale tendenziell vor Ort sein. Werde dort weniger mir die aktuellen Filme ansehen. Also wer jetzt hofft irgendwie, dass wir dann hier bald den heißen Scheiß versprechen, muss ich leider enttäuschen. Ich werde vor allem in der Retrospektive sein. Das heißt, es gibt, ich hab jetzt bis jetzt sechs Karten gekauft. Es wird auf jeden Fall Gangs of New York geben für mich in der Scorsese-Retro. Und fünf deutsche Filme aus den 60ern, 70ern, also das Thema der Retrospektive dieses Jahr auf der Berlinale, wo ich sehr gespannt drauf bin. Einer von Fassbinder ist dabei, Edgar Reitz, Chamoni, also bedeutende Filme für das deutsche Autorenkino der 60er Jahre. Das gibt es dann als kleinen Exkurs irgendwann in den nächsten Wochen hier bei uns. Und vielleicht sehe ich dann doch noch den ein oder anderen aktuelleren Film, je nachdem, wo ich dann noch Karten bekomme dieses Jahr. Wer aber auch auf der Berlinale sein sollte in den nächsten Tagen hier in Berlin, irgendwie Hörer von uns oder Podcast-Kollegen aus anderen Podcasts, gerne Bescheid sagen, wenn es sich irgendwie zeitlich ausgeht, können wir dann gerne auch mal uns dort auf eine Zigarette treffen oder so, falls jemand zur Berlinale zu Gast sein sollte hier in Berlin. Und wenn ihr euch eher mit aktuellen Filmen beschäftigen wollt, aber jetzt auch nicht dafür ins Kino tigern wollt, dann könnt ihr gerne an dem Oscar-Tipp-Spiel teilnehmen, was wir ja weiterhin noch ausrichten. Noch bis einschließlich 28. Februar könnt ihr bei uns beim Oscar-Tipp-Spiel mit tippen. Einfach wählen, welcher Film, welcher Person in welcher Kategorie welchen Oscar gewinnen wird. Als ersten Bonus schlechthin bekommt ihr den vorausgefüllten Tippzettel in euer Postfach, sodass ihr gut vorbereitet seid, sodass ihr euch auch nicht nochmal die Tipps nochmal übertragen müsst oder sowas. Und unter allen Teilnehmern verlosen wir ja auch noch zehn Filme, zehn handausgewählte Filme schon fast. Alles Gewinner des besten Fremdsprach, falsch, des Oscars für den besten fremdsprachigen Film. Und wenn ihr richtig, richtig gut tippt, also so richtig, richtig gut, dann könnt ihr ja sogar noch einen Original Lego Millennium Falcon gewinnen, der bei mir immer noch in der Küche steht und dort weiterhin meine Küche ziert. Natürlich nicht zusammengebaut, sondern noch original verpackt, selbstverständlich. Das ist schon... Ich will den auch haben. Er ist mir heute runtergefallen. Mach ich nicht kaputt? Ich habe ihn dann mit Fuß und Beinen aufgefangen. Das ist echter Einsatz. Das ist genau, das ist totaler Körpereinsatz. Ja, also ihr könnt euch dann freuen, dieser Millennium Falcon, den ihr dann bekommen werdet, der hatte, der hat meine eleganten Füße und meine behaarten Unterschenkel berührt. Geiler Scheiß. Das ist so richtig geil. Wenn sich das mal nicht lohnt, Kinder, da aber schnell zu greifen. Ja. Ne, nehmt gerne an dem Oscar-Tippspiel teil, das haben auch schon viele, viele andere getan. Ihr seid herzlichst dazu eingeladen. Wenn ihr dazu Fragen habt oder Anmerkungen, gerne natürlich einfach eine E-Mail schicken und ansonsten das Beste natürlich teilnehmen an diesem ganzen Scheiß. Yes. Ja. Wenn ihr das getan habt, am besten ein paar Tage warten und dann nächsten Donnerstag, wenn wir jede Woche wir eure Podcatcher, eure iPods, eure MP3-Player, eure Festplatten beglücken mit unseren Daten. Bis dahin, geht viel ins Kino. Habt ihr Spaß? Es wäre eklig geworden. Aber lassen wir das. Geht viel ins Kino, habt ihr Spaß und das Wichtigste, schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir noch mal ganz quer reingegrätscht in das Outro, weil wir eine richtige Hot, Hot, Hot News noch für euch haben. Nein, klingt jetzt weit treibender als es ist, aber wir sprachen gerade über Kriegerinnen und wir sind gerade so ein bisschen in der Post-Production und Lars, du hast noch eine ganz aktuelle Info zur Kriegerin nachzuschieben. Ja, wirklich ungefähr eine Minute oder fünf Minuten nachdem wir die Aufnahme beendet haben, kommt in meinen Twitter-Feed reingepurzelt vom ZDF selber gepostet. Kriegerin ist in der Mediathek, der ist seit heute, also seit Tag der Aufnahme 9.2. Das heißt für euch seit vorgestern, wenn ihr das aktuell hört, ist er in der Mediathek, ZDF-Mediathek zu sehen zwischen 20 und 6 Uhr, weil es natürlich eine 16er-Fragegabe ist und die tolle ZDF-Mediathek sich um euren Jugendschutz viele Sorgen macht. Das heißt ab 20 Uhr abends könnt ihr Kriegerin schauen, bis zum 15.2., also noch bis zum Montag. Das ist jetzt nicht so mega lang, aber auf jeden Fall reicht es, um den Film zu sehen, wenn ihr das hier rechtzeitig hört und sah euch auf jeden Fall empfohlen, das dann nachzuholen, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, den Film zu sehen. Wir sprachen ja drüber, spult nochmal zurück, wenn ihr es verpennt habt. Lohnt sich auf jeden Fall. Und falls da durchgerutscht ist, das habe ich in der Sendung auch noch nicht gesagt, ich habe ihn bei Amazon gesehen, dort gibt es ihn im, nee, Entschuldigung, bei Netflix habe ich ihn gesehen, dort gibt es ihn im Streaming. Also auch da könnt ihr dann, sofern es dann mit der Mediathek nicht geklappt hat, noch nachholen. Falls ihr nicht bei den Streamingdiensten seid, Streamingdiensten seit einer Woche in die Mediathek vom ZDF schauen. Einfach da suchen, findet ihr sofort. So, jetzt aber. Habt viel Spaß, viel Kino und sowas, ihr kennt den ganzen Geschiss, bis dahin, haut rein. Tschüss. Tschüss. Dieser Titel stammt von der Erfurter Band From Us. Aktuelle Titel von der Kombo, die heute Kopf hoch heißt, gibt es unter kopfhoch.bandcamp.com